Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und dann alle, die zum ersten Mal reinhören. Herzlich Willkommen. So, heute ist es endlich soweit. Fünf Monate, nachdem wir hier über Scream 5 gesprochen haben, sprechen wir heute endlich über den sechsten Teil. Es hat lange gedauert, aber ich freue mich, dass es jetzt endlich passiert ist und seit mindestens genauso langer Zeit spreche ich heute das erste Mal wieder mit Christian. Hallo Christian. Hi Alex. Schön, dass du wieder mit dabei bist und dass es wieder klappt. Freut mich. Ja, immer wieder gerne. Ja, es ist schon eine Zeit lang her, als du das letzte Mal dabei gewesen bist, ne? Das stimmt, das stimmt. Wieder einige Anläufe, aber heute ist der Tag. Heute ist der Tag, ganz genau. Wir haben das letzte Mal aufgenommen im April, ja, also ist ja schon wirklich sieben Monate her. Stell dir das mal vor. Das war die Jurassic Park Folge, ne? Genau. Richtig. Da hat man so einen Talk, so einen generellen Talk über Jurassic Park 1 bis 3 geführt. War auch mal ein Experiment und ganz interessant. Also lustige Aufnahme geworden. Auf jeden Fall. Du hast halt gesagt, du möchtest den gerne besprechen mit mir und nach Möglichkeit mach es nicht mit jemand anderem. Und ich habe ihn dir auch die ganzen fünf Monate reserviert. Jetzt ist es endlich dazu gekommen. Wir nehmen die Folge endlich auf, nach so langer Zeit. Aber jetzt wollte ich dich erstmal fragen, warum war es dir so wichtig, über Scream 6 mit mir zu sprechen? Ja, wie findest du diesen Film? Erzähl mal, warum? Ja, also erstmal danke, dass du den Film bzw. die Folge so lange für mich geblockt hast. Wie gesagt, Scream hat mich als Jugendlicher halt in die Horrorszene reingelockt und mich seitdem auch nicht mehr rausgelassen. Ich muss sagen, dass Scream 5 und Scream 6 für mich sehr gut funktionieren. Und ich finde die beide auch mit kleinen Unterschieden echt super gut. Ja, deswegen war für mich einfach, ich muss mit dir über diesen Film reden. Also Scream generell ist für mich sowieso ein sehr spannendes Thema bzw. solche Filme zu besprechen. Ich fand den fünften erstaunlich interessant und auch überraschend. Was würdest du sagen, ist Scream 5 besser als der sechste oder gefällt dir der sechste besser? Und wenn ja, warum? Nein, also Scream 6 gefällt mir besser. Scream 5 ist, finde ich, also FSK fragwürdig, aber wesentlich härter als Scream 6, obwohl der FSK 16 hat. Scream 6 macht für mich mehr richtig im Sinne von Storyline. Die Charaktere wachsen mehr. Man fängt in Scream 6, finde ich, an, die Charaktere erst richtig gern zu haben. Bei Scream 5 war es halt so, wenn jemand stirbt, drückst du jetzt hart aus, stirbt halt jemand. Bei Scream 6 war es dann doch teilweise so, dass man die Charaktere jetzt mittlerweile schon irgendwo so gern hatte, dass man dann doch schon mitgelitten hat. Also in meinem Fall auf jeden Fall. Ja, ich weiß, was du meinst, das stimmt. Ich habe auch noch was zur FSK zu sagen. Ich hatte damals, als ich den fünften Teil gesehen hatte, das erste Mal irgendwie, glaube ich, in der Story gepostet, dass ich entsetzt darüber bin, dass der nur ab 16 ist, weil ich darauf meinen Arsch verwertet hätte, dass der ab 18 ist. Und jetzt ist es hier bei Scream 6 irgendwie umgekehrt. Ich meine, natürlich ist der sechste Teil hart, aber guck dir doch mal den fünften an. Also was haben denn die bei der FSK gesoffen, dass Scream 6 die 18 jetzt bekommen hat und 5 nicht? Also was zeigt denn der sechste an Gewalt mehr, was der fünfte nicht tut? Kannst du das nachvollziehen oder absolut nicht? Nee, absolut nicht. Also ich erinnere an die Szene der Sohn von der blonden Polizistin. Ja. Also der Kill war extrem hart, langsam und extrem hart. Also das wäre für mich schon so ein Punkt gewesen, wo ich denke ich schon als FSK gesagt habe, okay, 18. Auch wenn jetzt die Opferrolle gegen den Killer ist, aber als Samantha Ritchie Kirsch am Schluss tötet bei Scream 5, das zu eröffnen. Also das war Wahnsinn. Das ging mir ganz genau so. Ich wollte gerade diese Szene nennen. Das ist wirklich der absolute Hammer, wie du siehst, wie sie da auf ihm sitzt und ihm, ach Gott, 35 Mal das Messer reinrammt. Ich glaube sie sagt 26 Mal hier im Teil, wenn ich mich nicht irre, dann ja noch die Kehle durchschneidet und ich finde das auch so eklig, wenn sie das Blut vom Messer ziehen. Das ist irgendwie so ein Bild, das finde ich irgendwie abartig. Das ist so hart, ja. Und dass der dann ab 16 ist, also der eigentlich kann man FSK mittlerweile auch sein lassen. Die wissen ja gar nicht, was sie tun, ja. Also völliger Mumpitz, was sie da machen. Aber gut, das ist das alte Thema und da hat jeder was zu zu sagen. Vielleicht sollte man mal eine Folge machen über bescheuerte FSK-Entscheidungen. Das habe ich mir schon so oft gedacht, dass das eigentlich eine ziemlich interessante Folge wäre. Wäre ein interessantes Special, ne? Ja, eigentlich gar nicht so verkehrt. Muss ich mir mal hinter die Ohren schreiben. Jetzt, fast nach einem halben Jahr, nachdem Scream 5 besprochen wurde, besprechen wir jetzt Scream 6 und ich bin sehr gespannt, was du so zu sagen hast. Der Film ist, ich habe ihn jetzt das zweite Mal geguckt, gestern Abend, wirklich, ja, in Anführungsstrichen amüsant. Weil ich meine, wir wissen ja, dass der sich ja überhaupt nicht ernst nimmt, ne? Das ist uns ja klar. Und auch wenn es hier um Tod und, also Mord und Totschlag geht, ist es natürlich trotzdem ein Film, der ja eher unterhalten soll, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Also, hast du völlig recht, Scream hat sich noch nie wirklich richtig ernst genommen. Teil 6, habe ich das Gefühl, hat damit schon ein bisschen angefangen, so. Also, an kleinen Ecken jedenfalls. Wie gesagt, das ist das, was ich meine mit der Storyline, mit der Charaktererzählung, ein bisschen Romanze, ein bisschen Drama und hier und da. Aber das war bei den anderen weniger der Fall. Das war dann schon teilweise, in manchen Teilen schon sehr Comedy-lastig. Aber davon sind sie weg, Gott sei Dank. Ja, das stimmt. Das ist nicht mehr ganz so drin. Wie findest du, dass das Neve Campbell hier nicht dabei ist, das erste Mal? Ist das eine gute Idee gewesen oder eher weniger? Harder eigentlich. Also, in Scream 5 war ja wirklich schon sehr rar vertreten, aber ich mochte Neve Campbell schon immer, also in allen Scream-Filmen eigentlich sehr. Die Rolle hat mir auch eigentlich immer sehr gut gefallen, die sie gespielt hat. Sie war halt so eine richtige, also bis Scream 3 zumindest, war sie schon eigentlich die Opferrolle, bis zu den Schlussszenen halt. Ja. Im Gegensatz zu Sam. Also Sam ist hier ja klar schon primär Opfer, aber an ihr hat der Killer auf jeden Fall ziemlich Probleme. Ja, das ist richtig. Sie haben ja hier im sechsten Teil ja auch Gail Weathers zurückgeholt, die ist ja da, während dann Sydney nicht dabei ist. Ich muss sagen, und das habe ich ja auch in der Folge zu Scream 5 gesagt, dass ich entsetzt bin über die Lustlosigkeit und die Langeweile von den beiden Damen, wie sie in Scream 5 mitgespielt haben. Also, da gehe ich in der Folge mehr drauf ein, gerade zum Ende. Man sieht aber, dass sie Neve Campbell und Courtney Cox halt einfach hingestellt haben und die reden ihre Sätze runter und dann dürfen sie wieder ins Hotel gehen. Ich würde auch meinen Arsch drauf verwetten, dass sie die wirklich nur einmal angefahren lassen haben und haben alle Szenen mit den Frauen nah abgedreht, damit die wieder gehen konnten und nicht den gesamten Dreharbeiten über da waren. Also, das ist wirklich sehr stark zu merken und ich habe das geguckt und natürlich hat mir der fünfte Teil gefallen, aber ich dachte mir, also das mit den beiden Frauen hätte man sein lassen können. Die waren einfach nur da, damit die Leute ins Kino gehen, aber gebracht haben die nichts und gelangweilt waren sie auch noch. Also, das wirkte für mich zumindest sehr stark so. Also, wenn sie am Ende da am Krankenwagen sitzen, da hast du eher das Gefühl, dass sie da ja gar nicht darauf warten können, dass Cut gerufen wird. Ich glaube, dass die Sydney ein Handy in der Hand hat und ich dachte oder habe sogar gesagt, dass ich glaube, dass das ihr echtes Privathandy ist. Weißt du, das würde sie gar nicht aus der Hand legen, so gelangweilt war sie während der Dreharbeiten. Also, ist natürlich alles ein bisschen weit hergeholt jetzt, aber vielleicht versteht der oder die eine oder andere, was ich meine. Und deswegen dachte ich mir auch, finde ich es gut, dass Sydney hier jetzt nicht dabei ist. Gail hat hier jetzt auf jeden Fall mehr zu tun als im fünften Teil. Ja, das stimmt. Also, da bin ich schon bei dir. Also, wie gesagt, Neve Campbell hat meines Erachtens bis Teil 4 ihre Rolle gut gespielt. In Teil 5 wirkt sie sehr abgestumpft. Ja, genau. Wenn ich es jetzt hart ausdrücken soll, ist es halt nicht mehr von Nöten, dass sie dabei ist. Ja, du hast schon recht. Okay, in Ordnung. Würde ich sagen, kommen wir mal in den Film rein. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Ja. Der Film beginnt ja mit der Laura, die an einer Bar sitzt, alleine und einen Drink zu sich nimmt und wartet ganz offensichtlich auf ein Date. Und wir haben ja hier die Samara Weaving. Das ist übrigens die Nichte von Hugo Weaving, also Agent Smith von Matrix. Wusstest du das? Nee. Ja, Hugo Weaving ist ihr Onkel. Ja, was ist das erste, was dir einfällt, wenn du Samara Weaving siehst? Kennst du sie überhaupt? Mal so gefragt. Ich kenne sie aus Ready or Not. Richtig. Also im ersten Augenblick, als ich sie gesehen habe, habe ich mir ehrlich gesagt nichts dabei gedacht. Aber wenn wir die nächsten 10 Minuten weiter besprechen, sind mir sehr viele Parallelen zu Scream 1 aufgefallen. Richtig, genau. Genau. Habe ich auch schon gehört. Das ist so, dass man eine bekannte Schauspielerin an den Anfang des Films packt, die direkt gekillt wird. Das meinst du wahrscheinlich. Richtig, genau. Ja, da haben sie, also sind wir absolut Parallelen, ist mit Sicherheit auch absichtlich. Ich würde jetzt mal behaupten, dass Drew Barrymore 1996 beim ersten Teil um einiges bekannter war, als Samara Weaving heute ist, überhaupt. Also ich kenne nicht viel mit ihr. Ich muss halt sagen, und ich sage es jetzt einfach, wenn ich an sie denke, die hat halt wirklich selber Schuld. Es gibt einen Film mit ihr, mit Daniel Radcliffe, heißt Ganz Akimbo. Ein wirklich ein Wahnsinnsfilm, also von Irrsinn und Bescheuertheit. Also wirklich, der ist wirklich totaler Irrsinn, aber echt lustig. Und da spielt sie mit. Und sie ist irgendwie so eine schießwütige Alte mit Knarren und so. Und am Ende ist es, glaube ich, so, dass sie auf einem Haufen Schrottautos steht. Und bevor sie alle abknallt, die dort drumherum stehen, ruft sie im englischen Original, suck my clit. Und ich werde das jetzt nicht übersetzen, aber du weißt, was das heißt, ne? Ja. Und das ist so ein Satz, den habe ich halt wirklich lange im Kopf gehabt. Das war so köstlich. Also komm auf sowas. Und das hat sie jetzt eben so drin. Also das geht jetzt nicht weg. Also das ist jetzt für immer so mit ihr verbunden, wenn ich sie sehe. Kennst du den Film ganz Akimbo? Nein, aber der kommt jetzt auf die Liste. Oh, du, der ist so lustig. Ich habe zu Hause gesessen, hatte keinen Bock eigentlich drauf, aber ich habe mich so, so vollgeschifft vor Lachen. Meine Güte, ich hatte selten so gelacht. Und am nächsten Tag habe ich dann da von meiner Familie erzählt von gewissen Szenen. Und ich konnte gar nicht richtig reden, weil ich so gelacht habe. Das war wirklich der Hammer. Na, sehr gut. Den werde ich mir antun. Mega lustiger Streifen. Große Empfehlung geht heraus an alle. Okay. Also sie hat ja ihr Date und wartet ja darauf, dass der Typ auftaucht. Und irgendwie findet er aber nicht die Kneipe, wo sie ist. Ich finde, dass sie hier mir zu sehr das verliebte Mäuschen spielt. Zumal sie ihn ja auch das erste Mal trifft. Also ich nehme ihr das nicht ab, dass sie so nervös und, weißt du, so turtelnd und sowas irgendwie da sitzt an der Bar. Ich halte sie nicht für eine Frau, die, weißt du, es ist so schwer hat, einen Mann zu finden, dass sie dann mit Herzchen in den Augen an der Bar sitzen muss. Weißt du, wie ich meine? Also mir ist das ein bisschen zu viel gespielt. Doch, doch, absolut. Also sie spielt sehr schüchtern. Ja, genau. Und das passt halt absolut nicht zu ihrem Erscheinungsbild, was ja jetzt nichts damit zu tun hat. Aber ich weiß, was du meinst. Also es wirkt sehr gespielt. Ja, richtig. Das stimmt. Ja. Aber gut. Jedenfalls ruft ja dieser Typ an und der meint, er findet die Kneipe nicht oder Bar, Bar ja natürlich, wo sie ist. Und dann, ja, ist doch diese Straße so und so, bist du nicht da? Und dann kommt er dann so, ach Gott, ich bin, glaube ich, noch im Block zu weit. Ich bin echt ein Depp. Und dann meint er dann irgendwann, ist da ein rotes Schild oben drüber? Und dann geht sie ja dann auch raus auf die Straße und sieht ja dann auch, jo, ist ein rotes Schild. Ach, dann sehe ich es. Ach nee, doch nicht. Also so zieht sich das ja relativ lang. Und dann kommt ja dann irgendwann dieser Moment, dass er meint, ach Moment mal, ist da so eine Gasse gegenüber? Und dann guckt sie und sagt, ja, ja, hier ist eine Gasse. Ach, dann bin ich direkt auf der anderen Seite, dann komme ich jetzt rüber. Und dann steht sie ja auch auf der anderen Seite der Gasse, aber sieht niemanden und sagt dann auch, ich kann dich nicht sehen. Komisch, aber ich bin doch da. Und war dir da schon klar, dass die gleich Geschichte ist? War dir das schon bewusst? Ja, ich habe es mir gedacht. Also ich habe mir gedacht, dass Scream jetzt wieder so eine Parallele zu den alten Filmen schaffen möchte. Also ich habe sehr damit gerechnet. Mir war es irgendwie auch klar. Ich glaube, das ist dadurch, dass sie so vorgeführt wird jetzt und ist, glaube ich, man als Zuschauer relativ schnell klar, gerade weil man ja auch den Ersten kennt, dass es hier auf das Gleiche hinausläuft. Geht ja dann aber auch in diese Gasse rein. Das ist natürlich ein großer Fehler von ihr, das hätte sie nicht machen sollen. Hätte sie natürlich bei Menschen bleiben sollen. Und ja, meint er dann auch, sie kann ihn nicht sehen. Wie gesagt, dann behauptet er ja aber auf einmal, da ist jemand mit einem Messer. Oh mein Gott, der hat ein Messer. Und anstatt, dass sie dann weg bleibt, meint sie, in die Gasse reinrennen zu müssen. Das ist auch nicht die klügste Idee gewesen. Ja, zumal die Gasse ja auch sehr durchsichtig ist. Also klar, es ist dunkel, aber sie sieht ja definitiv, dass keiner außer ihr, also fast außer ihr, in der Gasse ist. Das stimmt. Sie kann ja sehen, weder von links und rechts, dass da niemand in der Gasse ist. So ist es. Und ja, warum geht man dann da rein? Vor allen Dingen als Filmprofessorin. Richtig. Ja, es ist ja dann so, dass plötzlich sich die Stimme dann ja ändert zu der typischen Ghostface-Stimme. Und dann kommt dann dieser Moment, dass, dann ist ja auf einmal, ich bin mir gerade nicht mit dem Text sicher, aber irgendwas wird ja dann noch gesagt. Und dann kommt auf einmal Ghostface aus der Dunkelheit und sticht ihr mit dem Messer in den Bauch. Mehrfach rein in die Nieren, in den Bauch. Und die Art, wie sie dann da auch schreit und an die Wand gedrückt wird. Das ist schon ein harter Tobak, ne? Das ist also schon ziemlich brutal. Und auch dann, ich meine, weißt du, das ist zwar immer hier nur Film und es wird alles so als Unterhaltung abgestempelt. Aber wenn du mal das jetzt im ehrlichen Leben mal siehst, ist das ja schon ganz, ganz krass. Ich meine, die sitzt, weißt du, noch vor zehn Minuten vorher in der Bar und jetzt hockt sie tot in der Gasse, ne? Vielleicht liegt das auch daran, dass das, wie gesagt, meine ersten Horrorfilme waren. Aber für mich sind so die Killer, die nicht übernatürlichen, also diese Thriller-Reihe, meistens auch schlimmer wie der andere Kram. Ich finde den anderen Kram nicht schlecht, aber das hier hat für mich so eine gewisse Magie. Ich leide da auch immer sehr mit, weil so auf jemanden einzustechen mit einem Messer ist schon hart. Also ich finde das schon übel. Ja, stimmt. Das ist schon richtig heftig. Nachdem sie ja dann tot zusammengesackt ist, zieht Ghostface die Maske auf einmal ab. Und wir sehen diesen jungen Mann Jason darunter. Und wir fragen uns als Zuschauer natürlich, hä? Das ist aber komisch, ne? Weil das hat es ja auch noch nie gegeben, dass sich Ghostface direkt zeigt nach einem Mord, ja? Und das war ja schon sehr verwirrend, ne? Ja. Also ich habe wirklich auch kurz Angst gehabt, dass Scream 6 jetzt genau diese Schiene weiterfahren möchte, dass man den Killer wirklich von Anfang an kennt. Ja, dass man nicht mehr mit überlegen muss, ne? Das wäre auch schade gewesen. Wir werden ja Gott sei Dank eines Besseren belehrt. Ja, Gott sei Dank, ja. Er kommt ja nämlich nach Hause und ist eigentlich recht gut gelaunt, ist auch am Lächeln. Also das habe ich so, als ich ihn gestern Abend gesehen habe, so gedacht, naja, komm. Weißt du, ich meine, ich will jetzt nicht so pingelig sein, aber dann wirklich so gelassen durch die Straßen zu gehen, nachdem du gerade eine Frau umgebracht hast, es wird mir ein bisschen zu sehr als kümmert mich nicht dargestellt. Also ich glaube, dass nicht mal Jack the Ripper, nachdem er jemanden, die Frauen damals umgebracht hat, so lächelnd und gelassen vom Tatort ist. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, das stimmt. Und der hier macht das jetzt zum ersten Mal, bringt eine Frau um und der ist total locker und dann checkt er noch die Frisur im Flur. Das wird alles ein bisschen zu lässig dargestellt. Aber okay, gut, das ist halt jetzt so, wie es ist. Er kommt ja dann nach Hause und packt ja dann auch die Maske, die auch blutbeschmiert ist, dann ja in so einen Schrank rein, wo auch mehrere Masken sind. Die Poster der Stab-Movies hängen da und dann wird er irgendwann angerufen. Und als er dann auf sein Handy guckt, sieht er, dass es Greg ist und das scheint sein Mitbewohner zu sein, ne? Ja, oder sein Partner. Könnte auch sein, ne? Er sagt am Anfang so, honey, I'm home, könnte ich, er hätte das jetzt vielleicht auch so ein bisschen so als Spaß angesehen vielleicht, aber es könnte auch sein, sein Freund sein, das wäre auch möglich. Also in der deutschen Übersetzung sagt er irgendwie sowas wie, hi, Schatz, ich bin zu Hause. Ach ja, okay, in Ordnung. Ja, es ist dann so, dass er dann rangeht, aber es ist dann direkt Ghostface dran. Und dann kommt dann so dieses, dass er ja dann praktisch Jason so meint, hier, wir haben doch gesagt, wir machen das nicht mit der Stimme untereinander, also, ne? Und dann behauptet er ja aber, Greg zu sein. Und dann machen die ja so ein bisschen Gelaber, weil da kommt ja jetzt doch so der Plan so ein bisschen zum Vorschein, was da so stattgefunden hat, ne? Sie machen halt so einen Cut zum Ausspiel in der Wohnung, ne? Genau. Er sagt ja vorher noch, das sind natürlich auch so Sätze, da muss man natürlich auch sagen, das könnte mit ein Grund sein für die FSK 18, dass man ja auch nicht, weißt du, Mord und Totschlag irgendwie so in den Himmel loben soll, logischerweise. Ja, weil er sagt ja dann, als das Messer in sie eingedrungen ist, war sie für mich kein Mensch mehr, dann war sie nur noch Fleisch und wie das Leben aus sie raus ist. Das sind halt auch alles so Sätze, die man früher zumindest halt auch schon immer weggeschnitten hat aus Filmen, wenn man das dann auf einer VHS gekauft hat damals, die dann ab 16 oder gekürzt war oder auch im Fernsehen, ne? Oder rassistische Äußerungen zum Beispiel sind auch geschnitten worden. Und das könnte halt mit auch ein Grund sein, dass sowas mit für die FSK 18 sorgt, ne? Solche Aussagen. Ich finde es auch in Ordnung. Also, Verbalitäten sind halt auch schlimm, ne? Und er tut sie halt schon wirklich sehr verherrlichen. Richtig. Deswegen könnte definitiv sein, hast du völlig recht. Ja, wäre möglich, ne? Naja, wie du gerade sagtest, die machen so eine Art Cut zum Hausspielen. Also, Greg meint ja dann, er sieht ihn und dann sagt dann Jason, guckst du hier über die Kameras, die sind in der Wohnung. Und dann meint er dann, ja, such mich doch so um den Dreh. Okay. Und es gibt nur so einen kurzen Moment, wo ja dann Jason auch meint, dass er gar nicht er ist. So, weil er jetzt sagt, ach komm, wie lange kennen wir uns? Das sagt Ghostface. Und dann meint auch den Jason, er sagt, du bist mir. Und dann hört man dann auf einmal, seit acht Jahren. Und dann macht er dann, okay, gut, dann atmet er so durch. Er hat so kurz das Gefühl, dass er vielleicht gar nicht Greg sein könnte, ne? Ja. Und, ja, dann geht er dann durch die Wohnung und dann heißt es dann kalt. Nee, irgendwann kalt. Kalt. Und dann wärmer. Und irgendwann kommt so der Moment, wo er keinen Bock mehr hat, als er nachdem er in die, ich glaube, in die Dusche geguckt hat. Und dann dreht er sich um und dann guckt er auf den Kühlschrank. Und dass er da überhaupt reingeguckt, finde ich komisch, weil ich würde ja gar nicht auf die Idee kommen, in den Kühlschrank zu schauen. Da erwarte ich ihn ja nicht drin. Ja, also, weißt du, wie ich meine? Würdest du in den Kühlschrank gucken in der Situation? Also, eigentlich nicht, aber er wird ja, wie gesagt, beobachtet über die Kameras. Das stimmt. Und mit jedem Schritt, den er straight auf den Kühlschrank zugeht, betonte er immer, wärmer. Ja, stimmt. Ist dir aufgefallen, dass in dem Moment, als Craig angerufen hat, Jason schon den Kühlschrank aufmachen wollte? Er hat ihn sogar schon zwei, drei Zentimeter offen, als in dem Moment das Handy klingelt. Das fällt dir, glaube ich, erst auf nach dem nächsten Mal gucken. Aber hätte er da einen kurzen Moment zu spät angerufen, dann wäre die Überraschung schon vorher gekommen, ne? Ja, dann hat sich Ghostface über die Kamera gedacht, oh, jetzt aber schnell. Oh, jetzt aber schnell angerufen, ja. Hoffentlich spielt die Verbindung nicht. Ja, er macht die Tür auf und da sehen wir ja dann plötzlich den völlig zerhackten Torso von Greg drin. Und Ghostface ist hinter ihm. Jason sagt, oh, du, was für eine Scheiße, was ist denn hier los? Und dann wird Ghostface dann, ja, sticht dann mehrfach auf ihn ein, in die Nieren. Das ist halt auch etwas, was immer geschnitten wird eigentlich normal, dass es halt auch einfach hart ist. Und dann bricht Jason dann zusammen, dann holt Ghostface aber aus und macht so den letzten Stich oder Wisch mit dem Messer regelrecht so von rechts nach links. Und dann, ja, ist halt auch Jason Geschichte. Als Zuschauer im Kino warst du damals irgendwie verwundert doch, ne? Was soll das alles so um den Dreh, ne? Bis dato, beziehungsweise nach dem vermeintlichen Enthüllen des Killers, fand ich es eigentlich ganz stimmig. Ich meine, das ist halt so die Scream-Szene, ne? Das ist immer so dieser Schnitt von links nach rechts übers Bild und dann wird halt das Scream-Logo eingeblendet. Also ich hab's so ein bisschen erwartet. Ja, da hast du recht, ja. Also was mich halt irritiert hat damals, was ich jetzt meinte beim ersten Mal gucken, ist so dieses, wir haben den ersten Mord, aber wir erkennen Ghostface, beziehungsweise er zeigt sich uns sofort. Und dann wird der Typ aber dann genauso verarscht, wie er gerade vorher die junge Frau verarscht hat und wird aber auch gekillt. Also was Scream-technisch angeht, war man doch nach fünf Filmen zuvor absolut irritiert, oder nicht? Da war man doch überhaupt nicht kapiert, was das alles soll. Das stimmt, aber ich denke, das ist halt auch das, was die Scream-Filme halt wollen. Sie wollen einen halt in die Irre führen und verwirren. Das stimmt. Und deswegen fand ich es eigentlich sehr stimmig. Das stimmt. Ah ja, es stimmt, es ist auf jeden Fall. Na ja gut, wir sind bei unserer Hauptdarstellerin, der Sam. Und die sitzt bei ihren Psychologen oder Psychiater wahrscheinlich, oder Therapeuten oder Mathelehrer. Ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas. Und spricht sich aus, aber will aber irgendwie ja nicht raus mit der Sprache. Und dann sagt ja dann der Arzt, pass auf, ich kann ihnen nur helfen, wenn sie komplett ehrlich mit mir sind. Und wenn sie das nicht sind, dann kann ich ihnen auch nicht helfen. Und dann fängt sie ja an, wo das erste Mal Klartext zu reden. Also, dass sie, dass ihr Vater, glaube ich, Mörder ist und dass sie ihren Freund irgendwie umgebracht hat mit 26 Messerstichen und hat ihm die Kille durchgeschnitten, irgendwie sowas. Und dann macht ja dann der Doktor sofort, das ist also nicht mein Metier, ich muss sie verweisen zu jemand anderem. Ist auch toll, dass sich die Patientin dann endlich öffnet. Und endlich, man weiß Gott nach wie vielen Stunden dort, ja, wird direkt gesagt gehabt, Feierabend. Ich kann mit ihnen nichts mehr anfangen, oder? Ja gut, es ist halt so, er erfährt, dass vor ihm die Tochter von einem Serienmörder sitzt. Dann, dass sie einen vermeintlichen Serienmörder alias ihren Ex-Freund mit 23 Messerstichen umgebracht hat. Bis dato ist, denke ich, alles okay, in Anführungszeichen. Aber der letzte Satz von ihr, dass es sich halt richtig angefühlt hat, der könnte dann doch schon ein bisschen mehr als beeindrucken, würde ich sagen. Das hast du richtig gesagt, das stimmt. Naja gut, jedenfalls hat sie jetzt keinen Therapeuten mehr. Der hat irgendwie gesagt, er versetzt sie dann wohl woanders hin. Und als sie dann danach nach Hause geht, treffen wir auf Quinn. Das ist ja ihre Mitbewohnerin und eine Freundin. Und die hat aber Männerbesuch. Und ich muss sagen, als ich das gestern geguckt habe, fand ich es eigentlich ganz amüsant. Also diesen Moment, ne? Weil, weißt du, dieser Witz mit dem Typen in ihrem Zimmer die ganze Zeit. Weißt du, weil doch dann die Sam sagt, ist das Paul? Und dann kommt dann hinten aus dem Zimmer, wer ist Paul? Weißt du, und dann später sagt sie doch irgendwie auch nochmal was. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, dann redet sie über diesen sexy Typen von gegenüber, den sie doch immer anguckt. Und dann meint er dann, welcher sexy Typ? Und dann meint sie so, du natürlich! Das fand ich eigentlich sehr amüsant. Absolut. Das sind halt so die Szenen, die ich Space Cream halt auch mag. Es ist halt so, ich nenn's jetzt einfach mal, so Alltag. Man ist so kurz ein bisschen aus der Story rausgeholt und es ist auch mal kurz was Witziges dabei. Ja, richtig, das stimmt. Es gibt ja also diesen Moment, dass er sie doch zurück ins Schlafzimmer ruft und sagt doch, Babe! Und dann meint die Sam so, Babe! Und dann sagt sie so, keine Ahnung, warum er das sagt. Und dann meint er sie doch dann so, ich komm gleich! Und dann so, Sweetie! So hinterher so, hä? Muss ich ihn jetzt auch so nennen, weil er mich so genannt hat. Das fand ich also wirklich ziemlich amüsant. Das war cool. Ja, absolut. Ja. Und so einen Film im Kino zu gucken, ist halt auch immer schön, weil die Leute sind halt amüsiert in einem Horrorfilm. Das ist wahr. Ja, das ist wahr. Ich geh mal davon aus, du hast ihn im Kino geguckt, ne? Ja, absolut. Okay, ich hab ihn verpasst im Kino. Ja, dann haben wir einen Szenenwechsel. Und zwar ist es so, dass wir ja jetzt wieder unsere alten Darsteller sehen vom fünften Teil. Da haben wir jetzt ja unsere Mindy. Mindy hab ich erst nicht erkannt. Ich mochte sie mit den ganzen langen Haaren lieber im fünften Teil. Finde ich, hat sie mir besser gefallen. Und sie hat ja ihre Freundin da. Es wurde ja auch recht offensichtlich ja auch im fünften Teil gezeigt, dass sie, naja, auf Frauen steht, ne? Und deswegen hat sie ja dann auch hier eine junge Freundin mit dem Namen Annika. Und die sitzen da und das ist so eine Studentenparty wohl, ne? Genau, ja. Wie sagt man Studentenver... Verbindungsparty. Verbindung. Ja, Studentenverbindung. Jetzt hab ich's, genau. Ja, wir sehen halt, wie gesagt, die beiden und die sitzen auf der Couch und Tara, also beziehungsweise Wednesday, muss man halt jetzt immer sagen, ne? Ja, schon irgendwie. Kann man halt nicht anders sagen. Ist halt auch dabei. Da kommt ja dann dieser große Typ, der wird Frankie genannt, der sich ihr ja vorstellt und der will ja mit ihr dann was trinken. Und dann nimmt er sie mit zur Bar, aber dann ist irgendwie gar kein Getränk mehr da. Und dann meint er dann so, ach, weißt du was, mir fällt grad ein, ich hab noch ne Flasche Hochprozentigen bei mir oben im Zimmer. Und dann komm doch mit und dann, ja gut, dann läuft sie mit ihm mit. Naja, und jedenfalls ist aber dann so, dass die Annika dazwischen geht. Ich sag jetzt Annika, so deutsch, ne? Ich mein, wir wissen, so wird's nicht ausgesprochen wahrscheinlich, aber... Ja, sie sagt Annika. Annika, ne? Annika, ja. Genau. Naja, jedenfalls ist es so, dass sie dann Wednesday... Ach Gott, jetzt hab ich's wirklich gesagt. Das war jetzt keine Absicht. Es ist dann so, dass sie dann wirklich Terra von diesem Typen aber wegziehen wollen. Ich mein, natürlich ist sie in allen klar, aber das ist Terra selber wohl auch klar. Ich mein, sie ist ja jetzt nicht mehr so klein, ne? Also jung mein ich, dass der Typ auch was anderes im Schilde führt, ne? Aber ich würde jetzt nicht meinen, dass er vorhat, sie zu vergewaltigen, auf die übelste Art und Weise jetzt. Deswegen, ähm, find ich das ein bisschen sehr weit hergeholt, sich, ähm, so dazwischen zu stürzen zwischen ihm und, 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 und Terra, so um den Dreh. Er ist der totale Creep und total gruseliger Typ und, und bloß nicht mit ihm nach oben gehen. Das fand ich ein bisschen überzogen. Also das, äh, fand ich irgendwie einfach übertrieben. Als müssten sie sich, ähm, so schützen vor sich stellen, wenn sie genau im gleichen Alter ist wie alle dort, ne? Ja, also ich denke, das sollte einfach nochmal ein bisschen symbolisieren, dass alle noch, äh, sehr an der, ähm, an der Misere zu, zu nagen haben. Äh, ich, was ich auch eigentlich ganz cool gespielt fand von, ähm, Jenna Ortega war, als der Frankie, äh, sie frägt, wo sie herkommt. Ja. Macht sie direkt sehr, sehr, sehr misstrauisch und wird so komplett aus der Situation rausgerissen und ist direkt misstrauisch und, weil wahrscheinlich alle die Sache noch nicht verarbeitet haben. Ja, ja. Und, äh, wahrscheinlich, äh, soll das so ein bisschen darauf hindeuten, dass einfach noch in absolut, den kannst der Weise irgendein Vertrauen da ist in andere Leute. Ja, gut, das, das ist, das ist richtig, ja. Wir haben ja dann, ähm, auch den Chat, das ist ja der Bruder von Mindy, auch aus dem fünften Teil, ähm, der dort dann gemeinsam mit dem Ethan, äh, da so Faxen macht in so einer Art Ritterkostüm und sowas. Und, naja, was soll man sagen, dass sie, die machen halt Spaß, die, 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 die lachen miteinander und so ist es halt. Was ich verpeilt habe zu sagen vorhin ist, ähm, dass, äh, die Sam natürlich erwartet hat, dass Tara zu Hause ist, aber Quinn sagt ihr, dass sie auf diese Party gegangen ist. Und dann meinte dann die Sam, ja, sie hat auch eigentlich gesagt, sie soll zu Hause bleiben. Und ich glaube, dann kommt ja auch so eine Art, ähm, ähm, Text wie, es ist eine Party und der wird schon nichts passieren und außerdem ist sie halt auch alt genug, ne. Also, sie muss ja von ihrer Schwester keinen Hausarrest kriegen, so um den Dreh, ne. Ich glaube, das ist so das, was sie so, so sprechen miteinander. Ja, das stimmt. Äh, Sam, also, man merkt halt auch relativ schnell, dass, äh, Sam nicht wirklich, äh, Freiraum lässt für Tara nach der Aktion und, äh, ja, ist halt ein bisschen zu viel für Tara, ne. Ja, genau. Ja, Chad ist ja dann, ähm, auch dazwischen. Er will ja dann auch, dass Tara wieder runter, ähm, kommt und nicht mit dem Typen hochgeht. Und dann, ähm, entfacht ja auch recht schnell so eine Art, ähm, Kampf oder Schubserei. Und, ähm, was Sam dann macht, das ist natürlich schon ein sehr stark gestückt. Dafür sollte sie auch noch heute Abend in den Knast gehen eigentlich, ihm, ähm, einen Taser in den Schritt zu halten. Also, das ist schon ein bisschen heftig, ne, ein bisschen arg übertrieben, ne. Ja. Zumal der Typ ja nichts gemacht hat. Der hat ja nun wirklich nichts gemacht. Es ist ja nicht so, dass man den vorher irgendwie als Creep gezeigt hat oder so. Also, der ist ja nun völlig unschuldig. Also, äh, ja, eigentlich schon. Ähm, als, äh, Chad, genau, als, äh, die quasi in den Konflikt geraten, äh, zieht Frankie, äh, Terra so, äh, die Treppe hoch über den Boden. Ach ja, das stimmt. Sie fällt auf die Stufen, ne? Genau. Und, äh, also, ich muss sagen, ja, es ist hart, was Sam hier macht, aber ich hab's gefeiert. Es passt irgendwie zu ihr. Ich find den Charakter einfach ultra strong. Also, ich find, ich, deswegen mag ich auch Scream 5 und Scream 6 so. Und das ist, äh, also, sehr, sehr viel Jenna Ortega und, äh, und, ähm, wie heißt sie, Melissa Barrera zu verdammten, meines Erachtens. So ist es, ja, du hast recht. Na gut, sie nimmt ja dann, ähm, die, äh, Terra und geht mit ihr raus und draußen, ähm, ist ja dann so diese Diskussion, ne, mit, dass sie, ähm, erwachsen ist und dass sie nicht, sie braucht, um auf sie aufzupassen und dass sie das halt auch nicht mehr einsieht. Und sie lebt jetzt auch ihr Leben. Und dann meint ja dann, äh, die, ähm, ähm, Sam so viel willst du denn so tun, als wäre das letztens gar nicht passiert. Ich weiß gar nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist seit dem fünften Teil. Und dann, äh, ich glaub ein Jahr, ne, Enua oder so. Ja, ja. Ja, okay, ein Jahr. Und dann, ähm, ja, und dann sind die dann so am, am rumdiskutieren und sie meint, sie will ihr Leben allein leben. Und bitte, tu mir einen Gefallen und, 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 häng mir nicht immer am Arsch so um den Dreh. Ja. Okay. Naja, und dann, während dann das Gespräch so ein bisschen zu Ende ist, wird, ähm, Sam ja auf einmal begossen mit Coke. Ähm, und dann nennt sie ja, sind ja so Mädels, die sie ja dann auch Mörderinnen nennen. Ähm, weißt du, was ich mich frage, wenn die alle wissen, dass sie eine Mörderin ist, weil sie Richie umgebracht hat, warum ist sie dafür dann eigentlich nicht im Knast? Also, ich mein, wird das, äh, werden die 26 Stiche und die Kehle durchgeschnitten als Notwehr dann, ähm, aufgefasst? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, ich glaube, in dem Fall könnte es schon sein, nach so einer Nordreihe, wenn man sich so, in Anführungszeichen, verteidigt. Aber woher wissen das denn alle auch? Ich mein, sowas bleibt doch auch unter verschlossenen Türen. Also, selbst wenn sie, ähm, das als Notwehr geltend machen konnte, dann weiß davon doch aber niemand. Gut, ich denke, das ist die Macht des Internets, ne? Jemand schreibt was und 10 davon glauben es, danach glauben es 20, irgendwann glauben es 100. Oder halt auch nicht, ne? Ah, ja, ja, gut, okay, ja. Also, ja, okay, du hast vielleicht nicht Unrecht. In Ordnung. Ja, gut, in der nächsten Szene, die ist jetzt nicht sonderlich relevant, aber ich gehe kurz drauf ein, ähm, haben wir ja dann Terra zu Hause. Und dann kommt dann auch Chad dazu. Ähm, die sitzen auf dem Bett, haben ein kurzes Gespräch und dann merkt man auch, dass das zwischen den beiden ordentlich knistert, ne? Also, ähm, das fällt dann auf. Und als dann so dieser Moment kommt, wo sie sich fast, fast küssen, kommt Quinn plötzlich rein, ähm, ob sie hier ihr Handy liegen lassen hat. Ähm, was ein tolles Timing, ne? Also. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, was ich nur kurz zu der Szene vorher noch sagen wollte. Hier findet, also, hier fängt sich Scream an, schon fast ein bisschen von anderen Teilen abzuheben. Es wird halt dargestellt, Sam ist, obwohl sie richtig viel Scheiße mitgemacht hat, allein in ihrer Meinung. Klar, sie hat Unterstützung von ihren Freunden, aber sie wirkt ziemlich alleine gelassen. Und das finde ich die Rolle auch sehr stark gespielt in dem Fall. Und das ist so, in den anderen Screamfilmen finde ich nicht so. Das ist richtig, ja. Das wollte ich zu der Szene noch sagen. Ja, da hast du absolut recht. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Kommen wir zur nächsten Szene. Sam sitzt im Treppenhaus und ist, ähm, so mit dem Gedanken bei sich. Und jetzt kommt, ähm, ich weiß nicht, wie sie ihn in der deutschen Version nennen, aber ich glaube, sie sagen Cute Guy im Englischen die ganze Zeit. Ähm, den hat sie auch, wie wir später erfahren, so gespeichert. Weil der kommt ja so vorbei und sie packt ihn und dann wird dann wild geknutscht im, ähm, im Flur. Und man denkt im ersten Moment, also zumindest ging es mir so, dass sie halt einfach dachte, äh, sie lässt es jetzt drauf ankommen. Ähm, aber letzten Endes wird uns dann ja schnell klar, dass sie schon, ähm, länger miteinander, ähm, ja, Spaß haben. Ne, sagen wir mal so, ne? Ja, genau, also sie, äh, scheint, äh, ihr Techtelmechtel, äh, auch für ihren engsten Freunden noch ein bisschen zu verheimlichen. Genau. Ähm, in der deutschen Übersetzung nennen sie ihn auch Cute Boy. Und, äh, ja, ich, ich war auch erst ein bisschen perplex. Also ich dachte jetzt, okay, sie gehen, äh, sie geht jetzt, weil er kommt. Aber dass sie da jetzt, äh, wild anfangen miteinander rumzumachen, habe ich nicht erwartet. Ja, das, äh, habe ich in dem Moment auch nicht erwartet, aber es war ja dann recht schnell klar, dass die beiden sich schon etwas länger kennen. Und dann kommt ja dann so viel wie, weißt du, sie löst sich von ihm ja da und sagt nicht, ähm, na, am Ende werden wir noch gesehen. Und dann meint er, ja, 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 so, ähm, muss er immer noch hier, ähm, das, ähm, wie ne, also geheim halten und wie ne Verschwörung hier. Und er macht so seine Späße halt, ne? Genau. Und dann kommt ja dann so dieser Moment, dass, ähm, plötzlich von oben auf alles auf einmal heißt, Sam, Sam, du musst unbedingt hochkommen. Und als, ähm, sie nach oben kommen und auch Cute Guy, äh, ich sag, ich nenne jetzt einfach so, mitkommt, ähm, dann stehen sie da im Wohnzimmer, ja, sehen plötzlich, dass da in den Nachrichten von den Morden gesprochen wird. Aber das sind hier die beiden Morde der, ähm, ja, von Greg und Jason, ne? Das ist der Mord, von dem jetzt berichtet wird, ne? Genau. Warum ist das aber etwas, dass jetzt die Sam so, ähm, nervös werden lässt? Warum sagt sie, wir verschwinden, wir verlassen die Stadt? Warum ist das so? Weil, was hat sie damit zu tun? Was hat sie mit den Morden zu tun, die an diesen zwei, ähm, gut, das sind zwar Klassenkameraden, also die sagen ja auch, die kennen sie, aber warum ist sie jetzt so nervös? Ja, das ist ja genau der Punkt. Also, ich find das eigentlich sehr, sehr passend, äh, man sieht so viele Horrorfilme, wo, äh, die Protagonisten Entscheidungen treffen, die man, äh, eigentlich nur in Frage stellen kann und, oder vielleicht doch gar nicht reagieren. Oder man sich vielleicht direkt, ach, Junge oder Mädel, warum machst du das denn jetzt nicht? So, und sie macht einfach, sie sagt direkt, nein, ist mir zu heiß, ich bin weg. Ich find's eigentlich gut. Ja, ja, recht hat sie ja auf jeden Fall. Sie, ähm, sagt doch dann, will ja dann, wie gesagt, die Stadt verlassen mit Terra zusammen und aber alle reden so auf sie ein und sagen, hier komm, äh, jetzt übertreib nicht und, äh, ist jetzt halt vielleicht nicht so wild oder was auch immer. Dann, ähm, klingelt aber auch ihr Handy und dann sehen wir, dass Gay Revers anruft, ähm, aber das drückt sie weg. Und dann kommt ja dann aber auch so diesen Moment, dass Terra sagt, äh, Quinn, dein Vater ist doch Polizist, also, ähm, ähm, der kann uns doch bestimmt irgendwie helfen mit, oder mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und daraufhin meint dann die Quinn, ja, ich kann ihn in jedem Fall anrufen und ihn mal fragen. Und das macht sie dann ja auch. Und dann haben wir dann auch einen Szenenwechsel zu, ähm, ähm, dem Polizisten, der wird übrigens, ähm, Bailey genannt, ähm, und der, ähm, spricht dann mit Sam am Telefon und sagt, Sam, pass auf, Ähm, Quinn hat mir grad erzählt, ähm, dass du irgendwie die, 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 die Stadt verlassen wolltest, aber ich glaube, wir müssen erst mal miteinander reden, weil, also Detective Bailey nämlich den Ausweis von, äh, Sam am Tatort gefunden hat. Also da, wo vorhin am Kühlschrank, ähm, Jason gekillt wurde, liegt plötzlich im Blut ihr Ausweis, ne? Oder Führerschein, das hab ich so richtig gesehen, ne? Genau, genau. Und das soll sie jetzt ja praktisch verdächtig machen. Ja. Übrigens wird der Polizist, also Detective, ähm, Bailey wird hier von Dermot Mulroney gespielt, der hat in Copykill mitgemacht 1995 mit Sigourney Weaver und leider Gottes stirbt er in dem Film und das ist so schade und so traurig, ähm, das tut mir so leid, dass ich ihm in dem Film hier eigentlich alles, ähm, verzeihe. Das ist irgendwie, also wirklich, äh, also die, die ihn nicht kennen, sollten sich unbedingt mal Copykill angucken, der ist ja natürlich auch noch ein Ticken jünger, aber leider, leider, leider ist das so ein Moment, wo er dann halt dran glauben muss, womit man gar nicht rechnet. Gut, jetzt hab ich's leider gespoilert, aber das ist schon etwas, das tut einem unheimlich leid, weil er so ne, so ne tolle Figur ist in dem Film halt einfach. Er ist so, so ein lieber Mensch und, ja, und dann passiert das und das macht einem irgendwie total traurig in dem Film. Deswegen, ähm, deswegen, ähm, ist das in Ordnung, was er hier macht. Okay. Das darf er. Ja, also, es ist ja dann so, dass, ähm, Sam und Tara die Wohnung verlassen und, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, wo sie da jetzt hinwollen, ob sie jetzt auch zu Detective Bailey wollen, als auf einmal ihr Handy klingelt und es ist Richie, der anruft. Gut, und Richie ist ja ihr Ex-Freund, also aus dem fünften Teil, den sie umgebracht hat und jetzt ist es natürlich total verrückt, wie kann denn bitteschön von seiner Nummer, und er ist schon tot seit einem Jahr, ähm, jetzt angerufen werden? Sie sagt ja auch, ich hab seinen Kontakt nie gelöscht und, ähm, das glaubt man auch, sowas vergisst man ja schnell mal, ne, und, ähm, geht dann ran, ne, und Ghostface ist dann dran und dann kommen ja dann so diese, diese Sprüche wie immer, ne, hallo Sam, also typische Ghostface-Gerede dann. Dann kommt ja dann so, ich will der Welt zeigen, wer du wirklich bist, du bist eine Killerin und was er da so alles sagt, oder? Ja, sie, sie macht ihm halt, äh, relativ schnell klar, legt dich nicht nochmal mit mir an, ne, der Erste, der das versucht hat, ist gestorben. Richtig, genau. Das sind so die Szenen, die ich einfach feier. Das stimmt. Sie ist einfach, klar, sie ist ein Opfer, aber sie spielt die Opferrolle nicht. Sie wehrt sich halt mit allem, was sie hat. Richtig. Stark. Was ich nicht verstehe ist, weißt du, jetzt mal angenommen, die könnten sich, und das ist ja in jedem Streamteil so, die könnten sich nicht zufällig mal gerade retten, dann wäre der Film noch zu Ende, oder? Weil hier ist es ja jetzt so, dass die beiden Frauen jetzt telefonieren und gucken, wer könnte der Täter sein und urplötzlich wird Tara von hinten gegriffen und das Messer wird gezogen und sie soll gekillt werden. Aber rechtzeitig kann sie sich befreien und man kann Ghostface in die Fahrräder schubsen und sie rennen jetzt und schützen sich in diesen kleinen Laden, Kiosk. Weißt du, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, dann wäre doch am Ende auch diese ganze Aufklärung wieder nicht gewesen. Also sind die eigentlich wirklich in Gefahr? Man könnte doch so als Zuschauer meinen, denen passiert doch eh nichts, weil am Ende muss doch die große Aufklärung kommen. Die würde doch komplett wegfallen, wenn sie sie jetzt umbringen würden. Ja, das ist immer bei den Scream-Teilen immer relativ witzig, dass aus dem Schlussplädelier immer so eine große Sache gemacht wird. Ich finde die gut, die haben mir bisher immer sehr gut gefallen. Das ist halt so, was will der Killer? Will er jetzt eine lange Mordserie anfangen oder will er einfach nur, wie Spoiler natürlich, sich rächen? Ja, das stimmt, da hast du recht. Genau. Das macht ja auch Sinn. Und das macht ja auch aus derer Sicht, macht das ja Sinn. Aber weißt du, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass er jetzt Sam und Tara gekillt hätte da zwischen den Fahrrädern, dann wäre ja alles vorbei. Dann wäre vorbei, ja. Und sie würden es ja nicht mal wissen. Also sie hätten sie ja nur gekillt und wissen nicht mal, warum. Warum die jetzt gekillt worden sind, weißt du. Deswegen muss man eigentlich mit den Hauptfiguren nie Angst haben. Weil er ist ja erst am Schlussplädoyer, wie du es so schön gesagt hast, erst ja alles rauskommt, was ja der ganze Hintergrund ist. Genau, ja. Naja, sie türmen ja dann in diesen kleinen Kiosk und sagen, bitte rufen Sie die Polizei und da ist jemand hinter uns her. Und dann ist es so, dass Ghostface reinkommt, bevor die überhaupt reagieren können. Und dann stellt sich ja ein Passant ja dann so schützend vor die Mädels und sagt, was ist los hier? Ja, hast du irgendein Problem? Und dann kriegt er ja aber auf einmal dann schon mehrere Messerstiche in den Bauch. Und er bricht zusammen, die restlichen Kunden fliehen, die hauen alle ab. Ja, und dann sind wir dann alleine mit dem Typen hinter der Kasse. Der holt ja dann plötzlich die Shotgun, glaube ich, raus und ballert auch auf Ghostface. Er hat halt den Fehler gemacht, dass er ihn vorher gerufen hat. Weißt du, anstatt zu sagen, hey, hätte er halt einfach direkt nur abdrücken müssen. Genau. Habe ich mir im Kinosal gedacht. Weil er drückt ja sowieso ab. Es ist ja nicht so, dass er irgendwie macht einen auf Hände hoch und keine Bewegung. Er ruft ihn, um abzudrücken. Aber Ghostface hat die Möglichkeit gegeben, zur Seite zu springen. Also hätte er nicht gerufen, hätte er einfach nur geschossen. Richtig. Wir wissen, wie gesagt, wir spoilern, wir haben hier natürlich Detective Bailey und dann seine Tochter, die, wie heißt sie, Quinn und natürlich den Ethan als Täter. Wer ist denn jetzt hier unter diesem Kostüm? Wer ist das jetzt von den drei? Ja, entweder Detective oder der Sohn. Ja, Quinn eher nicht, ne? Quinn ist ja oben in der Wohnung. Quinn ist oben in der Wohnung. Aber da war der Sohn aber auch dabei, ne? Fällt mir gerade ein. Der saß, glaube ich, auch dort. War der da schon dabei? Ja, der sitzt auch dort dabei. Ich erinnere mich, ich hab's gerade gesehen. Das heißt, da muss es der Detective sein. Genau, dann muss es der Detective sein. Hart, oder? Was ein Irrer. Würde auch den Umgang mit der Schrotflinte nachher gut erklären. Ja, das ist wahr. Das stimmt. Aber mal eine Frage an dich. Wie hast du das eigentlich gesehen jetzt, dass Ghostface beziehungsweise Scream jetzt auf einmal in der Großstadt spielt und immer in Woodsboro schrägstrich in einem Dorf? Ist mir nicht aufgefallen. Also, ich hab's natürlich schon gelesen und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich den Film gucke und das merke. Ehrlich? Klar, ich mein, natürlich weiß ich das und ich seh's ja auch, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie darüber mir Gedanken gemacht habe. Also, ich hatte ehrlich gesagt Bedenken, als ich gesehen habe im Trailer, wo der Film stattfindet, ob das alles noch so funktioniert. Weil der Scream ist halt so ein Kleinstadtkiller, ne? Beziehungsweise so ein Dorfkiller. Ich nenn's jetzt mal ganz. Dorfkiller. Dorfkiller. Aber, ähm, find ich, war eigentlich ganz cool. Hat ganz gut funktioniert. Ist ein bisschen actionlastiger, aber gut. Hat schon geklappt, ja. Ja, die Gewalt hier ist natürlich schon echt hart, weil, ähm, es ist ja so, dass der Ladenbesitzer oder der Kassierer dann ja, ähm, überrumpelt wird von hinten auf einmal. Und wird zu Boden geschleudert und dann knallt er ihn ja dann auch ab mit der, mit der Schrotflinte. Das ist schon ziemlich heftig. Das kriegen wir zwar nicht ganz so krass zu sehen, also, es wird dann verdeckt von einem Regal, aber, ähm, natürlich spritzt das Blutbild an die Decke und das ist schon heftig. Also, da hat der Film schon eine gewisse, also, gewalttechnisch dann schon angeschraubt, ne? Das, das muss man schon sagen. Absolut. Ja, jedenfalls haben die ja die Möglichkeit, dann aus dem Laden zu fliehen. Gerade in dem Moment, als die Cops kommen und als sie dann wieder sich umdrehen, sehen wir, dass hinten noch diese, ähm, ja, Notausgangstür zufällt. Das heißt, also, Ghostface ist geflüchtet und hat aber seine Maske liegen lassen. Und, ähm, in der nächsten Szene sind wir bei der Polizei und sind bei Detective Bailey. Eigentlich jetzt echt schon ulkig, ne? Wenn man jetzt schon darüber nachdenkt, dass er das gerade war, ne? Unter dem Kostüm, ne? Beim zweiten Mal, beim zweiten Mal, äh, schauen ist das dann immer schon, deswegen der, der Wiederschauwert, wenn man nachher weiß, wer die Killer, wer die Killer sind, ist auch immer sehr witzig, weil man dann auch immer gucken kann, welcher von denen war's denn jetzt? Ja, genau. Genau. Aber ich muss sagen, ich gehe sehr stark davon aus, dass nie einer der Schauspieler wirklich auch unter dem Kostüm steckt. Also, das sind immer andere, ähm, ähm, Darsteller, die das spielen. Ja, glaub ich auch. Ja, denk ich auch. Ja, es ist, ähm, am Ende, wenn sie die Maske abziehen, dann sind das natürlich die Darsteller, aber sonst sind das andere Schauspieler darunter. Aber, was man noch sagen muss, er lässt ja in dem Kiosk, in dem, in dem, in dem Laden eine Maske fallen. Nicht seine Maske, sondern eine Maske. Genau. Vermeintlich denkt man ja erst, es ist seine. Die hat er schnell abgezogen, damit er draußen nicht, ähm, jetzt irgendwie schräg angeguckt wird. Ähm, aber dann erfahren wir, dass es nicht die ist, sondern es ist eine andere Maske, ne? Das ist recht, ähm, aufwendig und kompliziert, ne, mit den ganzen Masken. Ja, aber grad das find ich, find ich, äh, sehr cool, weil man, äh, wieder so einen kleinen Reminder an, äh, die ganzen anderen Teile bekommt. Das ist richtig. Ja, die werden ja, machen ja alle Teile, gehen sie ja durch, ne? Das ist richtig. Genau. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Okay. Gut, jedenfalls ist es so, dass ja dann der, ähm, Detective Bailey mit den beiden Frauen ja redet, ne? Also, wie gut kennen sie eigentlich jetzt dann, ähm, ähm, die Freunde? Und dann natürlich sind ja dann, ähm, also Quinn haben sie jetzt erst kennengelernt und dann sagt ja dann Detective Bailey noch so, ja, so, ich kann schon bürgen für meine Tochter Quinn, ne? So. Die schaffen es schon wirklich immer wieder gut, uns zu verarschen, oder? Also, also... Aber hier an der Stelle auch wieder, ähm, sehr gut von Jenna Ortega gespielt. Sie ist direkt schon nicht damit einverstanden. Sie, sie schaut nach der Aussage von Detective, dass er für seine, äh, Tochter ja bürgen kann, direkt schon misstrauisch zu, zu ihrer Schwester. Ah ja, okay. Sie vermutet direkt, ja, ja. Muss man, muss man nochmal beim nächsten Mal gucken, genau gucken. Sie ist direkt misstrauisch. Interessant. Ja, das hab ich nicht, das hab ich so nicht gesehen. Also, es ist ja dann so, dass dann, ähm, dass sie Chad und Mindy natürlich mitgenommen haben nach New York, also, die sind das selbstverständlich nicht und kennengelernt haben sie halt jetzt so ein paar andere, die sie aufzählen, wie gerade erwähnt. Und dann heißt es aber auf einmal Detective Bailey, da ist jemand für sie im Konferenzraum. Und in dem Konferenzraum ist dann plötzlich auf einmal Kirby. Und Kirby, weil ich den vierten Teil nur einmal gesehen hab, vor, ich glaub, zwölf Jahren oder so, ist eine, die ich nicht vor Augen habe. Also, erklär mich kurz auf. Die hat im vierten Teil mitgespielt und war eine von den Teenies und wurde halt auch schwer verletzt, hat aber irgendwas überlebt. Oder gibt's mehr zu erzählen über sie? Äh, sie, sie übernimmt quasi in Teil 4 die Rolle von dem Filmfreak aus den ersten beiden Teilen. Ich komm auch grad auf den Namen nicht. Randy meinst du? Genau, Randy. Sie ist so der, der Horrorfilm-Fan. Und ich find doch, also, Teil 4 ist schwierig. Teil 4 würde ich jetzt nicht wirklich als gut erachten, aber, er hat tatsächlich, äh, ein paar starke Szenen. Also, sie hat halt, wo ich mich bei ihrer, ähm, ähm, äh, Szene, äh, die mir, die sich eingebrannt hat, ist, als sie, ähm, Ghostface am Telefon hat und quasi, äh, alle Fragen richtig abräumt. Sie, sie beantwortet halt jede Frage von Ghostface richtig in Teil 4. Und, äh, damit kommen wir halt erstmal gar nicht klar. Beziehungsweise, das war halt in den Filmen nie so. Äh, aber man denkt tatsächlich, dass sie stirbt. Also, es wird nicht gezeigt, dass sie überlebt. Ah ja. Okay. Und jetzt hier im, im sechsten Teil holen sie sie zurück als angeblich, ähm, FBI-Agent. Glaubt man nicht eine Sekunde, oder? Ja, schwierig. Glaube ich nun nicht einen Moment, dass sie beim FBI sein soll. Aber kennen denn die beiden Frauen sie? Ja, sie sagen ja, ähm, sie sagen irgendwie, dass sie sich von der Woodsboro High kennen. Sie war, äh, also, sie nennen es auch in der deutschen Übersetzung, dass Kirby, ähm, ähm, Senior und, ähm, ähm, Sam quasi Freshman in Schule war. Ich glaube, das sagen die da drüben so. Ich weiß es nicht genau. Aber sie scheinen sich von der Schule in Woodsboro zu kennen. Aber die beiden Frauen, also Tara und Sam, hat man ja nicht gesehen im vierten Teil. Die waren ja noch gar nicht, äh, Teil der Geschichte. Also, die, die wurde halt einfach erzählt, aber gekannt hat man sie natürlich und gesehen hat man sie im vierten Teil nicht. Ja. Okay. Naja, gut. Jedenfalls, ähm, ist sie jetzt beim FBI und sie, ähm, ähm, ist jetzt dort, weil sie jetzt einfach halt auch, keine Ahnung, ähm, jetzt helfen möchte bei, bei, bei der, ähm, Ermittlung, ne? Äh, sie erzählt halt, dass, äh, sie, ähm, eine spezielle Verbindung zu, äh, den Ghostface-Morden hat, weil sie halt selbst ein Opfer ist. Okay, in Ordnung. Ja, sie beiden möchten ja die Stadt verlassen. Dann sagt der Detective Bailey, nein, also streng genommen sind sie, ähm, also, oder du, ich weiß nicht, ob ihr sie siehst, aber streng genommen sind sie hier, ähm, jetzt Tatverdächtige in einem Mordfall und sie können natürlich nicht die Stadt verlassen. Genau. Ja, ist ja auch scheiße gelaufen. Und sie verlässt dann trotzdem die Bude mit, ähm, der, äh, Tara, als dann die ganze Presse dort ist. Und die können sie alle nicht in Ruhe lassen, die rennen alle hinter ihr her. Sie ignoriert auch alle, als plötzlich Gail dazwischen steht. Ne, und dann sagt sie, Gail Weathers, Channel 4. Und sie sticht halt so heraus, weil sie die Einzige ist, die was Farbiges trägt, ne, alle tragen so dunkle Kleidung dort von der Presse und sie ist die Einzige, die was Blaues trägt. Und, ja. Dann ist es ja genauso wie im ersten Teil auch, sie ist so böse mit, äh, mit ihr und dann meint sie, ach komm, Honey, so um den Dreh, ähm, irgendeiner musste ja darüber schreiben. Also, was im fünften Teil war. Sie hat das ja wieder im Buch geschrieben drüber. Und dann, ähm, will die Sam ihr einen auf das Maul hauen, aber sie kann zur Seite weichen. Und dann sagt sie, ach, ich kenn das doch schon. Als in dem Moment sie von der Tara aufs Maul kriegt. Das war überraschend, ne? Das war ganz witzig. Ja, das ist, äh, das hat die Szene für mich ein bisschen besser gemacht. Also, aber ich muss sagen, ich mag, mag die Szene halt gar nicht. Also, wenn sie jetzt in Scream 6 wirklich wieder schreiben müssen, dass die ein und selbe Person seit fünf Teilen immer wieder denselben Fehler macht und über eine Story ein Buch schreibt und selbst nachdem ihr verflossener, beziehungsweise, es wird ja in Teil 5, merkt man halt, dass sie, äh, Dewey halt immer noch geliebt hat und, ähm, dass sie halt nach dem Mord an Dewey trotzdem wieder ein Buch drüber schreibt, ist, wie Sam oder Terror irgendwie sagen, schon sehr geschmacklos halt, ne? Das ist wahr, ja, da hast du recht. Da kann man ruhig mal eine kassieren. Da kann man gerne mal eine kassieren dann, ja, richtig. Aber damit hast du absolut recht mit der Aussage. Dass, ähm, sie immer wieder den gleichen Fehler macht und immer wieder dafür, ähm, Haue kriegt und, und gemeckert wird, das, ähm, ist dann eben tatsächlich echt was einfallslos, ne? Ja. Interessant ist das aber, dass die ganze Presse im Hintergrund plötzlich kein Interesse mehr an den beiden hat, ne? Also, das ist mir schon beim ersten Mal gucken aufgefallen, weißt du, die können gar nicht aufhören, hinter der Idee herzulaufen. Und nur weil Gail sich auf einmal vorstellt, macht die ganze Presse im Hintergrund so, oh, jetzt halten wir mal den Mund. Und dann sehen sie noch, dass sie auf die Fresse kriecht von der Kleinen und, ähm, das interessiert sie plötzlich nicht mehr. Also, auf einmal ist die Presse im Hintergrund, steht so da und die unterhalten sich miteinander. Ist ja klar, ich meine, die haben zu dieser Szene jetzt nichts mehr zu sagen, die gehören ja jetzt nicht mehr dazu, aber es ist in gewisser Weise schon ein bisschen sehr schnell vorbei, auf einmal, ne? Ne, die haben abgelassen. Ja, genau. Gut, vielleicht hatten die auch Angst aufs Maul zu kriegen, kann auch sein, ne? Ja, ja. In Ordnung. Also, es ist dann so, dass die beiden Frauen aber dann weggehen. Sie steigen in ein Taxi und gehen. Und dann kommt ja dann auch noch so ein Spruch wie, was hätte Dui bloß gesagt? Und dann meint sie, oh, der saß jetzt tief. Also, so um den Dreh. Das hat sie jetzt verletzt, diese Aussage, ne? Aber ich meine, gut, damit muss man auch rechnen, ne? Absolut. Das ist ja das, was ich gerade sage. Damit hat sie halt völlig recht, ne? Also, den Schuh muss sie sich jetzt leider anziehen. So ist es. Okay, naja, es ist dann so, dass wir dann Szenenwechsel haben. Wir sind bei ihrem Therapeuten, Dr. Stone, der sitzt vorm Fernseher und auf einmal klingelt's. Und er geht dann an die Tür und, äh, in dem Moment, wo er vorm Fenster steht, äh, keiner meldet sich. Also, als er sagt, wer ist da, kommt dann Ghostface auf einmal so durch dieses Milchglas, ähm, hindurch und, äh, kommt das Messer durch die Scheibe und dann wird er dann, ähm, ja, in den Bauch gestochen und ich glaube sogar auch ins Gesicht, oder? Genau, und das Auge durch die Backe. Ja, genau, richtig. Das ist ekelhaft. Hart. Er fällt ja dann zurück, ähm, Ghostface kann sich, ähm, Zutritt verschaffen und holt sich ja dann jetzt die Krankenakte von Sam. Hast du eine Ahnung genau warum? Was ist genau der Grund? Ich muss sagen, ich gehe ja mittlerweile immer schon in Scream-Filme rein. Ich denke ab dem ersten Augenblick, wer könnte es sein, ne? Na klar, das macht man natürlich. Ich hab halt hier, bin ich ehrlich, schon so ein bisschen in Braten gerochen. Ach ja? Also, ja, also, äh, also, sie waren ja im Verhörsaal und als Samantha sagt, dass sie zu der Zeit halt bei ihrem, bei ihrem, ähm, Therapeuten war und dass der halt als nächstes stirbt, war für mich schon sehr auffällig. Ah ja, okay. Also, der, der kam, der kam auf meine imaginäre Liste im Kino dann schon direkt, also der Detective. Ach so, du hast also den Detective schon, ähm, verdächtigt, ja? Ja. Interessant. Ähm, wir wissen ja, dass Quinn die Tochter von ihm ist, aber wir wissen ja nicht, dass der, ähm, ähm, Ethan auch, ähm, der, zu den beiden gehört. Dass er also der Bruder ist von Quinn, auch wenn die die ganze Zeit so oben zusammen sitzen, das wissen wir ja gar nicht. Und das wissen die anderen ja auch nicht, dass die verwandt sind, ne? Genau. Hat ja auch einen falschen Namen, das, wie wir später erfahren, ne, benutzt. Ja. Naja, okay, ähm, ich habe natürlich auch beim ersten Mal schauen überlegt, wer ist es und ich war sehr gespannt zu sehen, wer es ist. Ich finde, mich hat die Auflösung leider ein bisschen enttäuscht. Also, ich habe den, weißt du, dieser Ethan, der war so völlig offensichtlich, ähm, dargestellt als Täter, weil sie ihm ja auch ständig misstrauten. Und normalerweise ist das ja so, man misstraut den Personen immer, damit man dann merkt, sie sind es auch gar nicht. Also, man hat den völlig zu Unrecht misstraut. Und hier ist das jetzt so, dass man ihm die ganze Zeit misstraut und man meint, okay, es ist jetzt, es soll jetzt so sein, dass man ihm, ähm, auch zu Unrecht misstraut, aber er ist es jetzt am Ende dann doch. Aber dachte mir, nee, das konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie das so machen. Ähm, und deswegen, ähm, gehe ich stark davon aus, dass der unschuldig ist. Als man dann am Ende festgestellt hat, dass Ethan tatsächlich Täter war, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Also, da hatte ich mit einem anderen Gesicht, ähm, wäre mir lieber gewesen. Ja, gut, das ist, äh, das ist tatsächlich richtig, aber wir können ja als Zuschauer nicht wissen, wie viele Täter sind's. Macht, äh, der Regisseur macht er jetzt nur einen, macht er zwei oder macht er drei oder macht er vielleicht doch irgendwann mal mehrere. Ähm, wobei es dann wirklich anfangen würde. lächerlich zu werden. Also, drei ist für mich, für meinen persönlichen Geschmack, finde ich schon so das Maximum, was geht. Also, was ich gut finden würde. Ähm, aber sowieso diese Parallelen, äh, zu, zu, also, ich, mein, mein Kopf hat halt direkt angefangen zu rattern. Ich meine, ähm, Scream 5, beziehungsweise Scream 5 heißt ja eigentlich gar nicht Scream 5. Scream 5 heißt ja einfach nur Scream. Ja, bestimmt. So, ähm, bei Scream, also 2022 ist es ja tatsächlich so wie bei Teil 1, dass, äh, der Freund von der Hauptdarstellerin tatsächlich der Killer ist mit einem Kollegen. Ähm, ähm, in Teil 6 ist es ja tatsächlich so wie in Teil 2, dass der Vater, beziehungsweise Familien mit Killidya sich für den Mord an dem ersten Killer rächen. Genau. Und, äh, ja, also, die, mein, mein Hirn hat halt direkt angefangen zu arbeiten. Und da man halt, wie gesagt, nicht weiß, wie viele Killer es sind. Ich meine, ähm, Ethan hat ja Alibis, äh, er ist in einem, er hat ja auch stimmende Alibis, weil es muss ja nicht sein, dass er unbedingt jeden Mord begangen hat. Also kann man auch nicht dafür jetzt verdächtigen, weil er ja auch im Studiensaal war. Ja. Oder umgekehrt bei Quinn, wenn sie in der Wohnung ist oder bei Detective Bailey, wenn er bei den Protagonisten selbst ist und dann halt die Kinder in dem Fall seine Arbeit machen. Also es ist schon sehr verstrickt, was ich aber auch echt gut finde. Also deswegen, ja, man hat seine Vermutung. Das kommt dann, wie gesagt, bei mir mal auf die Liste. Aber, ähm, irgendjemand muss es ja sein, klar. Ja. Na ja, gut, okay. Okay, die nächste relevante Szene ist ja dann die, wo sie, ähm, also es gibt ja dann diesen Monolog, den Mindy ja hält, das ist ja auch dieses typische Film-Nerd, ne? Also jetzt haben wir hier ein Legacy-Sequel und jetzt können dann auch die Hauptdarsteller sterben. Das ist, ähm, so dieses typische Gerede, was wir in jedem Scream-Teil haben, ne? Und, ähm, wer könnte es sein, wer könnte es nicht sein oder wer, ähm, keine Regeln mehr hier und was da so alles kommt, ne? Und dann haben wir dann die Szene bei, ähm, Kirby und, ähm, ja, natürlich den Bailey und die gucken sich ja dann jetzt so diese Wand an, wo man denn jetzt hier sieht, ähm, wer jetzt die Täter waren in den, ähm, ganzen anderen Teilen. Und dass die Masken ja alle, ähm, immer an diesen Tatorten aufgefunden wurden, unter anderem jetzt auch bei Sams Therapeuten. Da ist auch eine Maske aufgetaucht, die früher halt, ähm, jemand anders benutzt hat, ne? Also, ich glaube aus dem Teil 3 der Täter oder was auch immer, weißt du, wie ich meine? Also so, ähm, das ist, das fummeln die ja jetzt zusammen, ne? Sehr interessant, also hat mir sehr gut gefallen. Diese ganzen Reminders zu früher, ja. Richtig, das fand ich gut, das fand ich auch gut. So aus, ähm, Stehgreif, was würdest du sagen, welches ist der schwächste Teil? Ähm, Teil 3. Ja, war irgendwie klar. Irgendwie ist der ewige Teil 3, der ewige dritte Teil, ne? Der hat's irgendwie schwer. Ja, also, wie gesagt, Teil 4 ist leider Gottes an manchen Stellen zu amüsant, wobei ich den Schluss von Teil 4 extrem stark finde. Der Schluss gefällt mir gut, aber so an sich fand ich halt Teil 3 definitiv der Schwächste. Ja, also ich muss vier nochmal gucken, gerade jetzt, ähm, wo ja jetzt hier diese, diese, ähm, Kirby dabei ist, möchte ich mich, möchte ich mich einfach nochmal daran erinnern, an den vierten Teil. Ja, du wirst, du wirst an mich denken, wenn, äh, wenn Kirby, ähm, in Teil 4 mit Ghostface telefoniert und alle Fragen richtig abrattert und beantwortet. Das ist halt auch so dieses, äh, dieses Horrorfilm-Thema. Ja, wir reden ja auch hier drüber, äh, wie gefallen, gefallen anderen Leuten die Horrorfilme und das Thema finde ich sowieso sehr interessant, ne? Ja, das ist wahr. Ähm, ich werde an dich denken. Ja, okay. Ja, so gut, in der Szene darauf, ähm, sind ja jetzt, ähm, die, die ganzen, ähm, unsere ganzen Hauptdarsteller, die wohnen ja auch alle zusammen, ähm, oben in der Wohnung und die kochen, machen irgendwie Essen. Und, äh, dann, äh, führen sie ja dieses Gespräch zusammen, dass sie natürlich zusammenhalten und ich glaube, dass die Sam auch sagt, sie möchte ganz gerne, dass, ähm, Mindy und Chad die Stadt verlassen, wo sie sagen, nein, wir bleiben hier, wir halten zusammen. Dann ist es ja auch so, dass die, ähm, Annika, ähm, plötzlich sagt, oh Leute, guckt mal hier. Und dann ist dann so eine Live-Schalte zu einem Reporter und dann wird wahrscheinlich von dem, ähm, Mord an ihren Therapeuten berichtet und dann sagt der Reporter auch, dass die Hauptverdächtige hier keine geringere als Samantha Carpenter ist, die Überlebende vom letzten Jahr und die gucken so alle so ein bisschen betröppelt und dann nimmt sie ihr, ähm, das, äh, die Fernbedienung weg und schaltet den Fernseher aus und dann heißt es so, um den Dreh essen wir. Also, ich meine, wenn du im Live-Fernsehen mitbekommst, dass du als Hauptverdächtige, aber, Verdächtige, aber natürlich unschuldig, ähm, ähm, gehalten wirst eines Mordes, dann ist dir danach, glaube ich, eher nicht zu essen, oder? Ja, das stimmt. Also, ich meine, klar, äh, gut, was kann sich schon groß an der Situation ändern? Gut, aber du würdest auch meinen, dass sie mittlerweile verhaftet wurde. Also, wenn sie doch jetzt ein Hauptverdächtiger ist, das sagt ja die Polizei zu dem Reporter. Das kann ja eher nur dann wiedergeben. Und wenn sie Hauptverdächtige ist, dann hat sie wohl auch verhaftet zu werden und nicht zu Hause zu sitzen und isst. Mit Freunden. Oder vielleicht ist das auch ein abgekartetes Spiel von Detective Bailey, der ja quasi vielleicht auch, äh, als Polizist genau solche Informationen unwissend rausgibt. Genau. Ah, ja, gut, aber sie, äh, okay, gut. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Sowas habe ich jetzt noch nicht gedacht. No. Naja, okay, wie gesagt, sie macht den Fernseher aus, sie will diese schlechten Nachrichten über sich nicht hören im Fernsehen, sie hat Hunger. Ähm, sorry, war ein bisschen sarkastisch. Und dann, ähm, setzen sie sich aber dann ja gemeinsam an den Tisch und wollen ja dann auch jetzt anfangen, gemeinsam, äh, was zu trinken und zu essen. Es ist ja so, dass der Chat immer sagt, wir sind die Core Four. Hast du eine Ahnung, was er auf Deutsch sagt da? Ähm, wenn ich es so sagen darf, äh, er sagt, sie sind die furchtlosen fucking vier. Die furchtlosen fucking vier. In Ordnung. Okay, ja, gut. Ja, die furchtlosen fucking vier. Ich meine, ich finde die Übersetzung gar nicht so verkehrt. Bei Core Four kannst du nicht übersetzen. Core ist ja so der Kern, die Mitte so um den Dreh. Und wie willst du das übersetzen? Das ist irgendwie schwierig. Ja, das stimmt. Gut. Naja, jedenfalls sind wir dann bei, ähm, Cute Guy von gegenüber. Der ist am Bügeln. Und er kann gegenüber ins Zimmer von Quinn gucken, die am Telefonieren ist. Und auf einmal sieht er, dass hinter ihr plötzlich Ghostface auftaucht. Und sagt er dann so, hey, hey, und er winkt. Kannst du mir mal bitte sagen, wer ist jetzt unter dem Kostüm? Wahrscheinlich Ethan, ne? Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen, ja. Genau. Warum diese Show jetzt? Ich meine, sie machen ja natürlich eine Show. Sie wollen ja jetzt ihren Tod faken. Aber warum muss sie so tun, als würde sie nicht wissen, dass er da ist? Oder machen sie das extra so, dass, ähm, Cute Guy von gegenüber das Ganze mitgucken kann? Weil eigentlich gibt's ja keinen Grund für diese Show. Quinn muss ja nicht so tun, dass sie nicht mitbekommt, dass ihr Bruder im Raum ist, oder? Richtig. Das ist sehr interessant, dass du das ansprichst, weil genau die katholische Frage hab ich mir selber gestellt. Ähm, aber ich geh davon aus, weil die, die Zimmer sind vielleicht vier, fünf Meter von, also die Fenstern, äh, zu Cute Boy und, ähm, ähm, ihr, dass sie die Sache vielleicht wirklich gläublich rüberbringen, für den Fall, dass was schief läuft. Du hast schon absolut nicht Unrecht, aber es könnte Cute Guy jetzt ja aber auch doch rübergerannt kommen. Anstatt nur zu winken, könnte er doch auch rüberrennen. Und dann ist die Situation ja vielleicht auch schon, ähm, wieder ein bisschen, ähm, schlecht. Weißt du, ich meine, du musst ja auch bedenken, dass Ghostface hier, also Ethan, der hat hier fünf Personen, plus eventuell Cute Boy noch, ähm, gegen den er sich zu wehr setzen muss. Und, ähm, das ist für ihn ja eigentlich schon, ähm, eigentlich könnte das ja stark nach hinten losgehen, ne? Absolut. Ne? Deswegen wäre es, ähm, schon nicht verkehrt, dafür zu sorgen, dass er von gegenüber das nicht mitbekommt. Naja, okay, gut, das ist wie es ist. Die sind alle am Tisch und kriegen jetzt eine Nachricht, ähm, und, äh, da sehen wir, dass, ähm, 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 Quinn angegriffen wird. Wahrscheinlich schickt Cute Boy das, ne? Könnte sein. Jedenfalls, ähm, sovon gehe ich zumindest aus. Ich wüsste zwar auch nicht, woher er die Handynummer von allen hat, ähm, das ist jetzt keine Ahnung, wie er das jetzt macht. Aber, naja, gut, jedenfalls sehen sie, Quinn, er hat Probleme. Sie gehen, ach ja, ich glaube, man hört ja auch das Gestöhne von ihr, was sie ja erst missinterpretieren. Und dann, deswegen helfen sie ihr ja auch nicht. Und, ist, ist doch so, ne? Ja, absolut. Ja, und dann, ähm, sehen sie aber auf einmal, was Sache ist. Ja, sie rennen hin, ähm, Quinn kommt auf einmal durch die Tür gebrettert, fällt zu Boden, völlig offensichtlich gekillt, ja, blutüberströmend verletzt. Alle sind zu ihrem Schreien, versuchen sich zu wehren. Ähm, Mindy wird, ähm, auch, äh, verletzt am, am Bein. Ähm, die, ähm, Annika bekommt das Messer sogar frontal in den Bauch. Und, ja, dann kommt ja wieder diese Situation, dass sie Ghostface niederschlagen kann mit einem, mit einem Toaster. Er steht aber wieder auf. Dann rennen sie dann irgendwann in ein, ähm, ins Badezimmer oder in einen Raum rein und verbarrikadieren sich dort. Alle zusammen sind sie dort drin. Ja, was noch gesagt werden muss, ähm, Sam reagiert direkt wieder, was ich wieder cool finde, ähm, im Gegensatz zu dem, ich nenn's mal, typischen Horrorfilm-Klischee, sie sucht sich direkt eine Waffe. Aber hier an dem Messerblock sieht man, dass anscheinend schon, äh, sich jemand daran zu schaffen gemacht hat, dass sie sich nicht wehren können. Genau. Und deswegen ist ja auch völlig klar, dass es ja jemand aus ihrem absoluten, unmittelbaren Umkreis sein muss. Wenn das, wenn die Messer da weg sind, dann kann er, die ja nur, war ja nur Quinn in dem Fall logischerweise, die die Messer verschwinden lassen hat. Oder halt auch Ethan vorher, ne. Und, ähm, ja, und als sie jetzt in diesem Raum sind und sich ja dort verstecken, ähm, und natürlich Ghostface versucht reinzukommen, ähm, kommt jetzt, äh, der, ähm, Kütpoi von gegenüber auf die Idee, der hat seinen Namen jetzt echt weg, ne, ähm, ähm, ist es so, dass er jetzt das, ähm, eine Leiter rüber, ähm, ähm, greift, nein, schickt. Das ist eine ausziehbare Leiter, glaube ich. Und, ähm, sie muss jetzt über diese Leiter rüber kraxeln. Würdest du dich das trauen? Ich hab keine Höhenangst, aber bei meinem Gewicht, ich, ich, ja, also, ich hätt's wahrscheinlich in dem Fall, äh, versucht, aber, wenn jemand hinter mir gewesen wäre, wär's für den wahrscheinlich schlecht ausgelaufen, weil mich hätte die Leiter wahrscheinlich nett gehalten. Also, ich frag mich, äh, wie viel Kilo in der Physik, die, die die Leiter jetzt liegt, regt. Ja, ist eine gute Frage, ja. Äh, ja, also, ich hätt's mir fünfmal überlegt, darüber zu klettern. Ja, ja, furchtbare Situation. Hier kann ich auch nochmal den Film Judgment Night empfehlen mit Emilio Estevez, ähm, und Kubrick Gordian Jr., das ist ein super, super Thriller. Da gibt es genau so eine Szene, der ist von 1993, also schon alter Film, aber da ist es genau so, dass sie über, ähm, eine Leiter kraxeln müssen, über zwei, von zwei Gebäuden. Und, ähm, da, da, da stehst du, wenn die Szene kommt. Also, das ist mega, mega spannend. Sagt dir wahrscheinlich nichts, oder? Nee, leider nicht. Okay, dann schick ich dir nochmal einen Link, also Judgment Night unbedingt mal gucken. Ja, kommt auch auf die Liste. Ja, ähm, ein super Thriller, leider absolut zu Unrecht unbekannt. Heute. Ja, jedenfalls, ähm, ist es so, dass, äh, Sam über die Leiter kraxelt und schafft es auch. Mindy schafft es auch. Annika ist die Letzte, die rüber kraxeln muss. Und jetzt ist aber Ghostface mittlerweile drin. Und, ähm, ähm, Annika ist ja auch schwer verletzt und kann sich jetzt auch nicht so schnell fortbewegen. Und was Ghostface jetzt ja macht, er nimmt ja nun die Leiter und, ähm, wackelt an der. Und dann hat er natürlich ein leichtes Spiel. Also, er muss ja nur dran ziehen oder hin und her oder genau das, was er ja tut. Und da kann sie sich halt dann irgendwann nicht mehr halten. Und sie fällt ja dann in die Tiefe. Und es ist halt richtig hart, weil sie fällt ja nicht nur in die Tiefe, ne, sondern sie kracht ja auch noch mit dem Körper, ähm, auf ein, ähm, auf eine Mülltonne, glaube ich, oder auf einen Container, ne. Und, ähm, das macht das Ganze ja dann mal noch härter. Ne, so ähnlich wie in Titanic, wenn der Typ auf die, ähm, Schiffsschraube fällt. Schöner Vergleich. Ja. Aber die Szene kennt wahrscheinlich jeder. Ja, die kennt jeder. Und ich weiß auch heute noch, dass, als diese Szene im Kino lief, 1997, die Leute darüber lachten. Das ist für bis heute ein Rätsel. Das, bei dem Genre an Filmen, wundert mich das tatsächlich. Ja. Natürlich hat das Kino nicht gegrölt, ne. Also, das ist klar. Aber es waren halt so ein paar, ähm, kleine Gelächter, ähm, zu hören. Ja. Was mich aber in der Szene ein bisschen stört, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig, die Gruppe muss dezimiert werden, darum geht es bei Scream halt, ja. Aber, äh, meines Erachtens hätte Annika schon viel früher tot sein müssen. Also, ich bin ehrlich, sie, sie wird ja im Wohnzimmer noch von Ghostface angestochen. Ja, richtig. Er dreht das, er dreht das Messer in ihrem Bauch und zieht es bestimmt 15 bis 20 Zentimeter nach oben Richtung Brustbein. Also, selbst wenn sie, okay, noch am Leben wäre, würde wahrscheinlich ihr kompletter Inhalt, äh, bei dem Überqueren der Leiter rausfallen. Ja. Hätten sie auch eigentlich können, so im, im, im Wohnzimmer belassen. Ja, ja, du hast eigentlich nicht Unrecht, ähm, da haben sie sie zu übertrieben verletzt, ne, das war zu, zu viel Gore wollten sie da. Und sie ist aber trotzdem noch am Lauf und hält sich nur den Bauch, ne, vorher, ähm, das ist ein bisschen übertrieben. Wir sind jetzt am Tag, ähm, die Polizei ist da und alle gucken jetzt, äh, ist klar, Tatort und so weiter. Und, ähm, Ethan kommt, äh, plötzlich dazu. Wir, uns ist ja klar, dass er ja wahrscheinlich der Täter eben war. Ähm, und es ist halt dieses Offensichtliche, weißt du, er kommt offensichtlich jetzt dazu, ähm, die Figuren und wir halten ihn natürlich für den Täter. Aber dadurch, dass das so offensichtlich ist, denken wir alle, nee, ist es nicht. Und deswegen war das für mich damals so enttäuschend, als es dann doch war, weißt du? Aber jetzt muss ich gerade wieder überlegen, ähm, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass Ethan jetzt der Täter war, dann ist sein Alibi aber sehr gewagt. Das stimmt, wenn er behauptet, er hatte Kurs, aber wir reden ja aber auch von der Nacht. Das ist doch nachts passiert, also, oder gestern Abend. Ich meine, er hat ja keinen Kurs gehabt, wie ihr sagt, ähm, doch gestern Abend und heute Nacht, oder? Ja, das stimmt. Also, den Kurs hatte er doch wohl heute Morgen. Ja, das ist tatsächlich, wer wann wirklich jetzt, äh, gekillt hat, ist manchmal wirklich schwierig nachzuvollziehen, ne? Manchmal jedenfalls. Das stimmt. Ich meine, gut, aber vielleicht will er halt auch einfach nur, weißt du, wenn man sagt, du kannst jemanden fragen, ich war mit 100 Leuten in diesem Hörsaal, dann, ähm, geht er auch einfach davon aus, dass diese Aussage Alibi genug ist. Weil sowas würde man nicht sagen, wenn man's nicht, äh, wenn es nicht wahr ist, auf diese Weise, weißt du? Ja, das hat er auffallend unauffällig geregelt. Richtig, genau. Das ist genauso, glaube ich, wie wenn jemand, ähm, weißt du, beim Selbstscannen in einem Laden extra irgendeinen Artikel nicht scannt, weil er klaut, aber den Bon, den Mitarbeiter in die Hand drücken möchte und sagt, wollen Sie nochmal rübergucken? Weil nämlich jeder dann sagt, nein, danke, ist schon in Ordnung, weil der, man niemals glauben würde, dass der jetzt nicht alles gescannt hat. Weil sonst würde er den Bon ja nicht, ähm, freiwillig nochmal rausrücken von sich aus, ne? Stimmt. Eigentlich eine gute Idee. Okay. Ja, und dann gucken ja dann alle zu, äh, Detective Bailey, der ja jetzt, ähm, aus der, aus der, ähm, ja, vom Tatort kommt, zu den Mädels. Und, äh, ja, der ist ja total fertig. Das sieht man ihm ja auch an. Also richtig fertig. Und dann meint sie, oh mein Gott, das tut uns so leid, ähm, ähm, Detective Bailey. Und dann meint er dann so, danke, und, und meine Tochter ist tot, und, und alle meine Kinder sind tot, und, ähm, also krass, also, das, 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 hast du dem das irgendwie damals im Kino dann abgenommen, oder warst du immer noch suspekt beim ersten Mal gucken? Das sind halt so die Momente, wo, ähm, von der Liste, von der imaginären Liste halt wieder so ein bisschen, wo er dann so ein bisschen abgerutscht ist, ne? Ja, er wird verdächtigt, klar, aber, äh, man denkt jetzt halt so vermeintlich, okay, der wird ja jetzt wohl nicht sein, also beim zweiten Mal schauen ist es halt so, dann denkt man sich, okay, er ist Killer, er ist Polizist und Schauspieler nebenbei, weil er, er, er spielt es ja wirklich sehr gut. Das stimmt, ja. Oscar-bürdig, ne? Oscar-bürdig. Ja, muss man wirklich sagen. Ja. Und, äh, aber wie gesagt, äh, die Liste der, 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 der vermeintlichen Killern wächst. Und singt quasi immer wieder so ein bisschen bis Schluss, aber, äh, ja, ich hab, doch, muss ich sagen, recht gut gelegen mit meinen Vermutungen. Okay. Okay. Also, mir kam der Polizist oder Detective nie, ähm, im Sinn, weil der natürlich ja auch, äh, so, er macht ja dann auch so einen, so, wir töten diesen Motherfucker und, weißt du, er ist ja so richtig voller Wut und so. Und, also, es ist in gewisser Weise, ähm, macht er ja wirklich eine Oscar-würdige Vorstellung hier. Ja, das stimmt. Weißt du? Ähm. Aber wen hattest du bis zu diesem Zeitpunkt des Films, äh, so als, äh, Verdächtigen auf der Liste? Ja, ich hab halt auf jeden Fall immer noch gedacht, dass es der, ähm, Ethan ist. Also, da war ich ja überzeugt davon. Auch wenn ich gehofft habe, dass sie uns extra in eine falsche, ähm, Fährte so locken, weißt du, dass sie uns eine falsche Fährte geben, dass der, der so völlig offensichtlich der Täter oder einer der Täter sein kann, es dann natürlich nicht ist. Aber gerade, weil wir so denken, es dann doch ist. Ja, davon bin ich die ganze Zeit ausgegangen und, ähm, ja, leider war er es dann auch und das fand ich dann in gewisser Weise schade. Na ja, okay, aber mit, mit Quinn, die ja logischerweise jetzt gekillt wurde vor unseren Augen, ähm, hab ich halt natürlich nicht gerechnet. Und mit dem Detective dann auch nicht. Ich hätte die ja auch nicht zusammengebracht, also ich hätte ja auch gar nicht gewusst, warum, ne? Ähm, soweit konnte ich halt nun vielleicht nicht durch die, durch die Blumen denken. Sagt man das so? Fast. Fast, ne? Aber du weißt, was ich meine. Natürlich. Gut, während sie da so sind und, ähm, ja, dann so mit dem Detective reden, kommt ja dann auf einmal dann ja die, die, die Kirby dazu, die, ähm, dann ja dann irgendwie, ne, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was sie sagt, aber auch Gay Reathers kommt dazu. Und dann sieht sie ja auch, ähm, Kirby zum ersten Mal, so, was machst du denn hier? Ja, ich bin jetzt beim FBI und seit wann lassen die Kinder ins FBI, ne? Und dann kommt dann sowas wie, äh, hallo, ich hab meine Ausbildung gemacht, was auch immer. Ne, und dann, sie ist doch viel zu jung. Und dann meint aber dann die, ähm, Gail, pass auf, ich hab hier was, was ich euch zeigen muss, ich hab was herausgefunden. Und dann geht sie mit ihnen in dieses, sagen sie Theater im Deutschen oder Kino? Also es ist wohl eher ein Kino, ne? Ja, ein altes, ähm, nicht mehr benutztes Kino. Und, ja. Ja, und da ist praktisch wie so eine Art Museum, wie so eine Art Schreien oder so. Also es gibt ganz viele Tische dort aufgestellt mit Mordwaffen, mit, ähm, den ganzen Sachen von, von früher, mit, ähm, ähm, den Messern von, und Kostümen der ganzen Morde. Ähm, die hat natürlich, ähm, Detective Bailey besorgt. Er kommt ja an die Beweise, ne? Ja, das sagt ja auch Gail, äh, beziehungsweise Tara fragt ja auch, ähm, provokativ, beziehungsweise zu Recht, äh, äh, ja, das sind doch alles Beweismaterialien, wie kommen die hier hin? Und, äh, dann sagt Gail halt auch, dass, äh, Polizisten halt Geld mögen und, äh, 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 fälschlicherweise natürlich in dem Fall, ähm, Anwesen natürlich ausgeschlossen. Aber sie hat halt völlig Recht, dass, äh, Detective Bailey hier für seinen Sohn Richie Kirsch einiges mitgehen hat lassen, ne? Richtig. Ja, ganz genau, für Richie hat er das gemacht, so ist es. Ja. Natürlich ist das alles recht komplex, und das können wir jetzt nicht alles, äh, haarklein hier aufdrüseln, da sind wir dann noch wirklich, äh, vier Stunden unterwegs, das muss man selbstverständlich, und ich gehe davon aus, die meisten haben den Film halt auch wirklich gesehen, ähm, aber wir können jetzt nicht hier auf jede einzelne Maske eingehen, ne? Wo, was war und so, das ist alles ein bisschen sehr weit hergeholt dann. Ja, das stimmt, aber ich denke, für die Scream-Fans war das auch so ein, so ein sehr cooler Moment in dem Film. Ich denke auch, ja, da gehe ich auch von aus. Ja, sie hat ja hier wieder, ähm, ähm, Visionen von ihrem Vater, natürlich hier von, ähm, das geht Ulrich gespielt, ne, also Billy, der ja dann, den sie ja dann wieder sieht, wie er auch schon im fünften Teil, der zu ihr spricht, also das ist natürlich alles nur Vorstellung, die sie hat, der spricht ja nicht wirklich als Geist zu ihr, ne, das ist ja nur Einbildung. Hast du ihn auch damals nicht erkannt? Also ich war im fünften Teil davon überzeugt, dass das ein anderer Schauspieler ist, den sie so irgendwie hingeschoben haben, oder, oder den sie jetzt so versucht haben, ihn wie Skid Ulrich wirken zu lassen, aber er ist es ja wirklich gewesen, was ist denn aus dem geworden? Hat er sich irgendwie das Messer gelegt? Also der hat keine Ähnlichkeit mit sich, oder? Ja, ne, klar, kann halt sein, dass er ein bisschen nachgeholfen hat. Ja, wahrscheinlich, ne. Das sollte auch nicht Sache sein, jedenfalls hatte ich große Probleme, ihn zu erkennen. Ja, und wie sie sich das dann so angucken, ja, kommen wir dann zu der nächsten Szene, dass sie jetzt, ähm, versuchen wollen, Ghostface ja herauszulocken. Und das machen sie folgendermaßen, indem Sam und Terra jetzt, ähm, wie so Lockvogel oder Vögel, ähm, durch den Park gehen, ne. Ich schätze mal, das ist Central Park. Und da laufen sie jetzt einfach nur auf und ab. Und in einem, ähm, Wagen ist dann Kirby, die sie natürlich, ähm, bewacht und, ähm, guckt, dass es, äh, ihnen natürlich selbstverständlich gut geht. Und, ähm, ja, und sie wollen ja dann auch, ähm, das Telefon tracken. Das heißt, also Mindy, Ethan und auch Chad sind mit in dem Van. Und, ähm, sie sagen halt jetzt, wenn Ghostface anruft, wollen sie gucken, wo sich der Killer befindet, ne. Aber warum müssen sie dafür durch den Park laufen? Können sie nicht auch einfach warten, bis er irgendwann anruft? Warum müssen sie das so machen? Ja, gut, ich gehe davon aus, dass Kirby denkt, äh, dass Samantha und Terra ständig, äh, verfolgt, beziehungsweise beschattet werden. Und dafür müssen sie halt dann ein bisschen auch in die Öffentlichkeit gehen, ne. Ja, okay, gut. Dass halt Ghostface sehen kann, die sind, ähm, alleine. Polizei ist nicht dabei, so um den Dreh. Genau, ja. Und er kann uns ungestört anrufen. Das wäre natürlich die Möglichkeit. Es geht ja dann so dieses Gespräch, dass sie, ähm, ähm, dass der Killer doch sowieso immer rechtzeitig auflegt. So, dass man ihn nicht tracen kann. Und dann meint sie, ähm, denn Kirby, nein, ich kann einen Anrufer in 15 Sekunden tracken. Also, das, äh, braucht man gar nicht so lange. Jedenfalls ist es dann so, dass tatsächlich Ghostface anruft. Und, ähm, Kirby guckt halt, wo der Täter ist und stellt sich, ähm, heraus, er ist in der So-und-So-Straße. Relativ schnell, oder ist es Terra? Ich glaube, Terra macht relativ schnell dann eine Andeutung. Oh Gott, Gale. Ähm, ja, Gale haben sie ja eine richtig schicke Wohnung, ähm, spendiert, ne? Für den Film. Absolut. Witzig auch zu hier, also, finde ich auch ein bisschen überrissen. Ähm, ich meine, klar, äh, es geht jetzt natürlich auch um Zeit, äh, zu gewinnen. Aber, dass, äh, Sam und Terra jetzt einfach den Polizeiwagen stehlen, äh... Ja, und dass auch er da nichts gegen tut, ne? Richtig, richtig. Also, er ist, äh, für die, für die Situation relativ gelassen, ne? Das stimmt, das stimmt. Weil er muss ja auch immer davon ausgehen, dass seine Tochter oder auch Ethan irgendwie dann doch mal erwischt werden, ja? Ja. Also, und, und, das ist vielleicht nicht geplant. Natürlich ist es nicht geplant, dass, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das jetzt Quinn ist. Ja, das sagt sie, glaube ich, auch später. Ja, ja, genau. Weil, äh, weil, klar, ähm, die anderen beiden sind ja jetzt mit im Park gewesen. Also, es ist jetzt Quinn. Äh, es ist jetzt nicht geplant gewesen, dass jetzt neben, wahrscheinlich war auch nicht geplant, dass der Freund von Gale da ist, ne? Also, das, äh, hat man jetzt ja auch nicht geplant. Dass aber jetzt Sam und, ähm, Tara hinfahren mit einem Kopfwagen, äh, mit, ähm, sogar hier, ähm, Sirene, das konnten die ja nicht ahnen, ne? Und das kann Quinn jetzt nicht wissen. Es sei denn, ähm, Baby ruft sie an und sagt, hier, pass auf, die Mädels kommen da hin. Die haben meinen Wagen genommen. Ja. Ja, wie es dann natürlich denn so ist, ähm, es kommt ein Anruf, Ghostface ruft an und ich fand das gestern so ein bisschen doof, dass, weißt du, wir dürfen hier ja nicht vergessen, wir haben hier ja nie den gleichen Killer. Wir haben ja in jedem Teil andere Leute. Und trotzdem wird aber immer so getan, als würden die sich schon immer mit denen zu tun haben, weißt du, weil nämlich Ghostface hier sagt, schön, dass wir endlich mal miteinander sprechen. Weißt du, äh, das ist ja Unsinn. Weißt du, es waren ja, 1996 war Quinn noch nicht geboren. Also, äh, weißt du? Ja, das stimmt, das stimmt. Ich mein, Quinn kann ja auch in ihrer Rolle als Killer auch gar nicht wissen. Klar, äh, sie kennen in dem Universum auch die Stab-Filme wahrscheinlich, aber sie wissen ja die eigentliche Story nicht, ne? Und dass Quinn jetzt weiß, dass, äh, Ghostface nie persönlich mit, äh, Gale gesprochen hat, ist ein bisschen weit hergeholt. Das stimmt. Das kann sie nicht ahnen mit den Sprüchen, die sie denn dort bringt. Und was ich auch interessant finde, und das ist natürlich jetzt, äh, nichts, was ich jetzt bemängeln möchte, aber es geht ja nicht nur darum, also gerade jetzt in der englischen Fassung, ja, ähm, dass sie die Stimme verstellen, sie sprechen ja auch ganz anders. Weißt du? Also, wenn du jetzt Quinn reden hörst oder auch Ethan, die reden ja normal, aber wenn sie dann als Ghostface reden, ist ja die Art der Betonung ganz anders, ne? Also, schön, dass wir endlich mal miteinander sprechen. Weißt du? Ja, ja, genau. Und das ist, äh, weißt du, und das macht ja nicht der Stimmverzerrer, diese Art, weißt du? Das ist, ähm, klar, das ist jetzt, äh, nichts, was ich bemängeln möchte, das ist, äh, ein, ein, ein super Stilmittel hier, aber, ähm, streng genommen müsste Ghostface immer anders klingen, weil ja jeder auch anders spricht, selbst mitverstellter Stimme. Gail bekommt nicht mit, während sie jetzt mit, ähm, Ghostface redet, dass ihr Freund von hinten geschnappt wird und, ähm, fliegt ja dann auch durch die, ähm, durch, durch, durch diese Wohnwand, ja, ähm, das hat Quinn schon gut hinbekommen, ihn zu overpowern, ne? Oder? Danke, dass du's sagst, ich hätte dich jetzt auch drauf angeredet, ob dich an der Szene was stört. Ich mein, ihr, also, Gails Freund oder Mann, was auch immer, äh, ist ja doch wirklich, äh, ein halber Riese. Ja. Ne? Und, äh, Quinn ist schon sehr selig und sie ist schon strong. Ja, also, deswegen wird das auch hier, um da nicht so, also, um da nicht, ich mein, auch im fünften Teil hatten die das ja schon, ne? Also, wenn Dewey immer stochen wird, dann, dann hebt, ähm, wird er ja kurz angehoben, ne? Auch mit dem, mit dem Messer oder so drin sogar. Und wir erfahren später, dass das das Mädel war von den beiden. Das sagt sie ja, dass sie ihn gekillt hat. Und dann hat mich, man denkt man sich ja dann auch, wie hat die ihm denn, ähm, ähm, angehoben, ja? Und so. Also, da übertreiben sie dann teilweise schon mit den weiblichen, ähm, Täterinnen. Also, selbst, als, selbst wenn es männliche Täter sind, ist es übertrieben, ne? Ja, stimmt schon. Ist aber auch ein Film. Da darf man halt jetzt einfach nicht zu sehr viel drauf geben. Ähm, aber weißt du, man sieht jetzt ja auch nicht, was sie mit ihrem Freund gemacht hat. Er hat, sie hatten ja nur von hinten, ähm, überrascht, ne? Und dann konnte sie ja, dann, wenn man überrascht, also, ist, ähm, ne? Dann kann man halt immer, hat man immer die Oberhand kurzerhand, ne? Ja, das ist halt, das ist halt so, wenn du, wenn du, wenn du so eine Szene im Kino siehst, akzeptierst du es so, es ist so, es ist okay so. Aber wenn man einen Film halt öfter schaut und weiß, wer jetzt der Killer ist, sein muss, wirkt es halt immer ein bisschen. Es ist kleinlich, aber es hält den Leuten halt auf. Aber das macht den Film jetzt nicht, nicht schlecht. Nein, 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 aber das ist das richtige Wort. Kleinlich ist genau das richtige Wort. Ich sag ja immer pienzig, aber eigentlich ist kleinlich die richtige Ausdrucksweise. Ähm, gut, okay. Jedenfalls kann sie ja dann aber fliehen, während Ghostface ja hinter ihr her ist. Und sie, ähm, schließt sich auch kurz ein. Kann dann auch eine Waffe aus so einem Safe holen und ballert durch die Tür. Und, ähm, aber, ne? Ghostface hat Glück, konnte zur Seite gehen, ruft dann wieder an. Und irgendwann kommt es dann aber so weit, dass Ghostface dann erscheint, äh, aus einem Schrank und, ähm, ja, ein Kampf entfacht. Und das geht dann so weit, dass sie dann, ähm, ja, eigentlich gekillt wird, könnte man dann schon meinen. Also sie kann Ghostface zwar kurz ausknocken, aber, ähm, als sie ihnen dann aber auch dann das Messer aus der Hand nimmt, um Ghostface zu killen, hat Ghostface aber in der anderen Hand eine Scherbe und haut ihr die dann in den Bauch. Dann ist sie so gut wie gekillt fast. Es kommt aber dann gerade rechtzeitig Terra und Sam dazu, ja, die kommen dann rein und Ghostface muss dann fliehen. Mit den Sanitätern im Schlepptau. So ist es, genau. Jetzt wird, äh, quasi der Freund von Sam ein bisschen ins, äh, ins, äh, Visier geholt, weil er halt jetzt, äh, auftaucht. Ach so, ja, hast du denn ihren Freund, ähm, jemals verdächtigt oder war dir klar, der ist es nicht? Ich hab's, ich hab's tatsächlich ein bisschen mit Scream, äh, 2 verglichen. In Scream 2 ist es ja Derek, der ist der Freund von Sidney. Ja, genau. Wo man oft denkt, okay, er könnte der Killer sein, er es aber ja dann tatsächlich nicht ist. In Scream 6 war, ähm, Danny, also Cute Boy, äh, tatsächlich bei mir relativ safe. Bei mir auch. Das wäre zu offensichtlich gewesen. Ja, sie entscheiden sich ja dann, ähm, ihnen, glaube ich, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, sie rufen ja Detective Bailey an und sagen ja, wollen sie den Typen kriegen? Und dann meint er auch, das ist das, was ich vorhin sagte, dass er dann so irgendwie meint, so, wir schnappen uns diesen Motherfucker, ne, wo er dann, obwohl er alleine ist, ne, macht er aber eine Show. Das ist ein Schauspieler, ne, sag ich dir. Absolut. Ne? Ähm, sie wollen jetzt zu diesem Theater hin, wo sie ja vorhin, schon waren. Das ist jetzt der, 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 das Ziel, wo sie jetzt hin möchten, ne? Genau. Das Problem ist aber, dass Mindy und Ethan aber zurückbleiben. Und, ähm, weil das so voll ist, dass sie nicht mehr in den Zug mitpassen. Und, ähm, Mindy sagt so, verdammte Scheiße, so um den Dreh. Und dann ist aber Ethan hinter ihr. Und, ähm, ja, weißt du, ich finde so diese Art, wie sie Ethan gegenüber ist, ist schon ein bisschen, ähm, ähm, überzogen. Klar, ich meine, sie traut ihm jetzt irgendwie nicht, aber er ist halt auch völlig offensichtlich und so unschuldig. Wir wissen, er ist es nicht, aber die Art, wie sie ihm gegenüber ständig sich benimmt, ist schon, äh, ein bisschen überzogen, finde ich. Also auch so, dass sie dann von ihm weggeht und so um den Dreh, guck mich nicht an und das finde ich ein bisschen weit hergeholt. Und eigentlich könnte sie froh sein, dass jemand aus der Clique bei ihr, bei ihr ist, weil sie sich ja auch unsicher fühlt. Na klar, er ist jetzt halt der Täter, aber das, das weiß sie ja nicht. Aber, oder, weißt du, was ich meine damit? Ja, also, sagen wir mal so, ich mag die Rolle von Mindy eigentlich, sie ist halt immer so ein bisschen over the top, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Ähm, sie sagt aber bei, ähm, der ersten, bei der, beziehungsweise bei der anderen Mordszene von Annika, dass er bei ihr ganz oben auf der Liste steht. Richtig. Und dass sie halt jetzt gerade mit ihm alleine ist. Ja, okay, gut, das ist dann vielleicht auch nicht so toll, das Timing, ja, das stimmt. Genau. Okay, ja, gut, hast du recht. Sie nehmen also ja eine weitere Bahn und, ähm, Ethan steht ein paar Meter weiter weg, äh, Mindy sitzt alleine und sie haben halt, ich glaube, also das sagt die Sam später, dass sie zehn Stationen haben, die sie jetzt fahren müssen. Und, ähm, jedenfalls, ähm, fahren sie dann zu dem Theater und, ähm, wir sehen ja jetzt, dass da ganz viele Leute sind, die alle, ähm, angezogen sind, ähm, ist das eigentlich Halloween da? Warum sind die eigentlich verkleidet alle? Genau, es ist Halloween, Halloween Monat, wird ja in Amerika sehr groß zelebriert. Genau. Und wir haben etliche Ghostfaces, die da jetzt in der Bahn sind, wir haben Hellraiser, also Pinhead und, ähm, weiß Gott, was wir da noch alles haben. Ich hab's sogar gesehen in einer kurzen Szene, dass da die beiden Zwillingsmädchen von Shining sogar dabei stehen. Genau, ja. Ja, da war ich überrascht. Dann haben wir natürlich, ähm, glaube ich, auch den von, ähm, Sinister, den Dämon, steht's auch dabei. Ja. Naja, und die Mindy fühlt sich schon nicht so wohl, also sie ist halt schon echt ziemlich nervös, weil da ein Ghostface auch ist, der sie anstarrt die ganze Zeit und kommt auch immer näher, jedes Mal, wenn kurzzeitig Licht aus war in der Bahn. Und, ähm, das geht dann so weit, dass tatsächlich Ghostface auf einmal vor ihr erscheint und sticht ihr auch in den Bauch. Und da war ich sehr überrascht beim ersten Mal gucken. Das hätte ich nicht damit gerechnet, weil, du musst bedenken, der killt sie in der vollbesetzten Bahn. Also, ich mein, muss ja, ich mein, das ist ja nicht Ethan, das ist ja Quinn, ne? Ja, aber das ist ja schon ein bisschen sehr, sehr, sehr riskant, ne? Ich mein, wie viele Leute hocken da in der Bahn, die das bezeugen? Ja, das stimmt, auf der einen Seite stimmt's, aber ich, ich, äh, also ich find die Bahn-Szene in, egal bei wem, also ob bei der Sam-Gruppe oder der Mindy-Gruppe, extrem spannend. Also ich find die richtig gut, die hat richtig gut gewirkt. Fand ich sogar teilweise seit langem auch nochmal in einem Scream-Teil, wo ich mich ein bisschen gegruselt hab. Ich komm ja aus dem Dorf, beziehungsweise bei uns ist halt nicht so viel los und hier kennt sich halt jeder. In so einer Stadt ist man halt schon recht anonym. Es kümmert sich keiner um den anderen, man wird nicht so viel angeguckt. Ja. Jeder macht halt sein eigenes Ding. Es ist schon ein bisschen überzogen dargestellt, aber könnte passieren, dass in so einem U-Bahn-Teil einfach so viele Leute, die anderen sind am Schlafen, äh, der eine hört Musik, äh, der andere guckt in eine andere Richtung und macht, äh, äh, Luftgitarre, äh, das halt voll untergegangen ist, ne? Ja. Ja, du hast schon nicht Unrecht, ja. Es kann halt gut sein, dass jeder kümmert sich um sich selbst, ne? Und dass gerade, wenn ja auch das Licht dann ständig flackert und so, man sowas echt nicht merkt. Also unrealistisch ist es nicht. Gut, die restliche Gruppe kommt aber jetzt am Theater an und laufen, ähm, von der Bahnstation dorthin. Und dann heißt es dann so, ähm, ja, wo sind die anderen beiden? Ja, Eason und, und, äh, Mindy kommen, äh, in fünf Minuten nach. Und dann, ähm, schickt sie aber Cute Boy weg, ne, die Sam. Sie sagt, nee, du hast damit nichts zu tun, sie möchte nicht, dass er dabei ist. Und das kann er aber auch nachvollziehen und verschwindet dann auch, ne? Ja, es ist, äh, sie trifft halt die richtigen Entscheidungen, ne? Genau. Wobei, in dem Fall wäre es halt besser gewesen, er wäre dabei gewesen, ne? Das stimmt allerdings, aber das kann man auch nicht wissen. Ich meine, er hätte dann auch gekillt werden können, aber auch, ne? Also, richtig, richtig. Das hätte natürlich auch passieren können. Sie versucht ja, den Mindy zu erreichen, aber sie geht nicht ans Telefon, also die Sam, ja. Und sie steht ja dann bei den ganzen, ähm, Vitrinen mit den Schaufensterpuppen drin, die ja normalerweise die Scream-Kostüme anhaben. Und dann nimmt sie sich das Messer von ihrem Vater, also von, von Billy, ne? Und, ähm, weil er ja wohl irgendwie zu ihr sagt, sie muss sich zu wehren wissen und sie muss sich irgendwie, ähm, selbst bewaffnen, sie kann sich nicht verlassen, nur auf, keine Ahnung, ähm, jetzt, ähm, Kirby, ne? Genau. Richtig. Deswegen nimmt sie sich das Messer mit, ähm, Blut von 1996 dran. Ja. Ähm, dann kommt, ähm, Detective Bailey plötzlich telefonisch, äh, wieder dazu, der, ähm, rennt schnell zu seinem Wagen und sagt, hier, pass auf, Sam, ihr müsst da sofort raus. Ja, also er weiß ja, dass sie dort zu dem Theater gegangen sind. Ja, wieso, meint sie? Es geht um Kirby, ich hab angerufen und, ähm, Informationen über sie eingeholen lassen. Sie ist schon seit zwei Monaten gar nicht mehr beim FBI und, ähm, sie ist es. Ich mein, wie, wie genial. Also, drehbuchtechnisch ist das genial. Weil, natürlich hat er diese Information nicht wirklich bekommen. Er verarscht sie ja nur. Ja, klar, er ist ein Polizist, äh, äh, Sam glaubt ihm halt jetzt. Ganz genau. Natürlich. Aber das ist genial. Das ist wirklich super, weil wir als Zuschauer glauben ihm das ja auch. Aber dass es dieses Gespräch nie gegeben hat, ähm, und er diese Information nicht wirklich bekommt, weil das wissen wir ja nicht. Also hier noch nicht. Ja, ich muss auch sagen, äh, für ein paar Minuten, beziehungsweise für einen gewissen Zeitraum war, äh, Kirby. Äh, ja, war für mich tatsächlich in dem Fall kurz der Killer. Ich hab gedacht, das wär jetzt der Plot-Twist. Ja, für mich aber auch. Für mich auch. Ich dachte auch, mein Gott, jetzt ist es raus. Es ist Kirby. Aber wie und warum und so. Das kann man, warum sollte ein Opfer von damals jetzt Täter sein, ne? Ja. Das halte ich dann für, für eigentlich unwahrscheinlich. Na gut, okay. Wir haben da dann, ähm, so diese romantische Szene, dass, äh, Chad und, ähm, Tara sich jetzt nahe kommen. Ähm, aber kaum, ähm, kann man sagen, ist das eine tolle Sache, äh, ist Ghostface auf einmal da und, ähm, greift Tara an. Und, ähm, Chad kann ihn aber wegschubsen und, ja, und sie rennen jetzt da durch dieses Theater von links nach rechts und rechts nach links. Und dann sagt aber auch, die Sam, es ist Kirby. Kirby hat uns verarscht. Naja, so. Genau, bis dahin sehen wir auch die ganze Zeit nur einen Killer. Wir haben noch keine, noch keine zwei gesehen in einem Bild. Aber wer ist es eigentlich? Ist es Quinn, oder? Ja, es muss ja Quinn sein. Im Moment kann man spekulieren, einer von beiden, ja. Ja gut, also Ethan ist ja bei Mindy. Und der Detective Bailey kommt ja jetzt gerade erst. Stimmt, dann muss es Quinn sein. Genau, also würde ich sagen, aber, es ist ja jetzt aber so, dass jetzt plötzlich auf einmal, ähm, Chad, der ja jetzt Ghostface, ähm, wirklich hier killen will, weil er, weil sie ja zu Boden fällt, kommt da jetzt plötzlich, ähm, ein zweites Ghostface dazu. Also muss das jetzt ja wahrscheinlich Ethan sein. Dann ist er jetzt, wir wissen ja auch nicht, wie viel Zeit vergangen ist, ne? Ich meine, klar, Mindy wurde ja verletzt, schwer in der Bahn und nachdem er den Krankenwagen gerufen hat, ist Ethan jetzt auch zum Theater gefahren, ne? Ja, er muss ja nicht bei Mindy bleiben. Also ist ja klar, dass er jetzt nicht mehr, ähm, ähm, jetzt bei ihr sein muss. Also sind das jetzt hier Quinn und Ethan? Und der Detective Bailey kommt jetzt dazu gleich. Ja, aber muss man auch wieder sagen, äh, der ganze Kampf hier, äh, zwischen den Ghostfaces und, äh, Sam, Terra und Chad fand ich wirklich cool. Also sie, äh, die, die Opfer teilen wirklich wieder sehr gut aus, was in allen Screams, also Ghostface musste ja schon immer relativ viel einstecken, im Gegensatz zu anderen Killern. Ähm, der fand ich super. Da kommt ne Kamera, dann kommt von Terra ein, ein Kick ins Gesicht und, äh, ja, es sind halt auf der einen Seite Opfer, aber die sich halt verdammt gut wehren und das feiere ich halt, äh, in den Screamfilmen immer sehr. Ja, das ist richtig, das ist richtig, aber sie machen es Beendnis nie und das kotzt mich seit sechs Teilen an, dass sie, ähm, Ghostface zwar auf die Fresse hauen und er fällt auch, aber sie hauen nicht nochmal zu oder hauen nochmal drauf oder werfen was auf ihn oder was auch immer, sondern sie können ihn kurz K.O. schlagen und rennen aber weg immer und das nervt, das nervt halt wirklich bei solchen Filmen, weil du dann doch sagen kannst, weißt du, wenn du doch jetzt kurz die Oberhand hast, dann beende es auch, sorg dafür, dass die Person nicht mehr aufsteht und du noch immer in Gefahr bist. Ja, das stimmt schon. Hat mich bei Sam auch ein bisschen gewundert, weil, also, Punkt jetzt in dem Film, äh, sie hat ja das Messer von Billy Loomis schon geholt, aber ich glaube, man sieht in der Szene, dass es zu Boden fällt beim Kampf. Ja. Ähm, äh, deswegen können sie sich halt nur mit Händen halt vorerst wehren, äh, aber hast schon recht, ne, wenn mit einer Kamera, äh, schon der Killer quasi niedergeschreckt worden ist, dann könnte man die Kamera auch noch vielleicht so zehn oder zwanzig Mal mehr benutzen. Ja, genau. So ist es. Ähm, mir ist übrigens ein kleiner Fehler aufgefallen, zumindest im englischen Original, ich bin mir nicht sicher, wie sie das jetzt auf Deutsch gemacht haben, und zwar ist es so, dass ja nebenbei, ich glaube, der erste Stab-Film läuft. Also, in dieser Welt von Scream 6 ist Scream 1 ja wirklich passiert. Ich glaube, äh, was zu der Zeit im Moment auf dem, auf dem, äh, auf der Leinwand läuft, ist, ähm, Fan-Film von, äh, Richie Kirsch, Snit-Step 1. Ach so, es ist ein Fan-Film, den er gemacht hat. Okay, dann, dann ist das was anderes, aber trotzdem haben wir hier exakt genau den Text, der auch in Scream 1 zwischen Ghostface und Drew Barrymore gesagt wird. Und dadurch, dass das ja in dieser Welt spielt und Drew Barrymore gestorben ist, kann hier in dem Fan-Film nicht genau dieser Text wiederholt werden, weil Drew Barrymore ja, also ich weiß nicht genau, wie ihre Figur heißt, ja getötet wird und deswegen kann ja niemand erzählt haben, wie der Text zwischen Ghostface und, ähm, Drew Barrymore's Charakter war. Also kann Richies Fan-Film das nicht 1 zu 1 wiedergeben? Ja, das stimmt schon, wobei bei Scream 4 ist es hier schon ähnlich. Bei Scream 4, äh, findet ja ein, äh, ein sogenannter, äh, Stab-Beton statt, wo die Kiddies, äh, sich alle Stab-Filme in irgendeiner Scheune reinziehen. Und da, ähm, nehmen sie das schon so ein bisschen auf die Schippe. Und, äh, da ist es auch schon so, dass die, äh, Konversation exakt dieselbe ist wie bei Scream 1. Aber wie kann das denn sein? Aber, weißt du, ich meine, das kann doch nicht sein. Wenn wir doch nur wissen, dass A, B umgebracht hat, dann kann sich ein Drehbuchautor doch nicht exakt genau die Originaltext zusammenschustern. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber den Fehler haben sie in Scream 4 schon gemacht. Ja, also ich würde sagen, dass das ein Fehler ist. Es sei denn, ich verstehe irgendwas miss, äh, irgendwas falsch. Ne, so exakt kann ja, wie gesagt, ähm, Casey Becker stirbt ja. Woher wollen sie wissen, wie die Konversation war? Ja. Casey hieß sie, so ist es. Ich wusste, es war was mit C. In Ordnung, aber gut, das wollte ich nochmal kurz erwähnen. Aber du hast recht, Ghostface, beide kriegen hier ordentlich auf die Schnauze, schnappen sich aber dann Chad und der wird dann, ähm, ähm, mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper gekillt. Und, ähm, das ist schwer anzusehen. Also das hat mir echt leid getan, gerade weil er jetzt, ähm... Ja, das war hart. Das ist hart, ja. Ja. Weil er ja auch jetzt, ähm, im Moment, ähm, weißt du, eine Minute vorher kam er Terra näher und, äh, jetzt muss sie zugucken, wie sie, wie er gekillt wird. Das ist schon bitter. Ähm, die beiden, ähm, stehen ja dann dort und machen ja, ich finde dieses Bild vom Blutabziehen vom Messer immer eklig. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie ist das so ein, so ein ekliges, ähm, Bild. Ähm, das macht sie auch am Ende nach dem fünften Teil, wo sie Idrissi gekillt hat. Äh, ich weiß nicht, das ist... Ich finde, das ist IBA. Ist halt Ghostface, der macht das halt, ne? Der macht das halt, okay. Hey, alles klar. Ich kann das allern da wieder. Ja, richtig. Okay. Es ist ja jetzt so, dass, ähm, auf einmal, ähm, plötzlich Schüsse fallen und Kirby kommt ins Bild. Sie ist verletzt, ähm, ähm, am Hals und am Gesicht, hat jetzt auf Ghostface geschossen, auf beide. Dann sagt sie, stehen bleiben, nicht bewegen. Und natürlich sind die Frauen aber ihr gegenüber misstrauisch. Die sagen ja dann, ähm, ähm, Kirby, du bist es. Und dann sagt sie, was? Nein, ich wurde angegriffen und ich war bewusstlos. Und dann kommt in dem Moment aber auch Detective Bailey dazu. Und sagt so, runter mit der Waffe, sie sind gar nicht mehr beim FBI. Und dann meint sie, was, das stimmt nicht, ich bin natürlich beim FBI. Und, ähm, ja, wem glaubt man jetzt? Glaubt man jetzt Detective Bailey? Glaubt man jetzt Kirby? Ich sag ganz ehrlich, ich hab Kirby total misstraut hier. Jetzt kommt Ghostface ja auch von hinten. Und, ähm, ja, man, vermeintlich wird Detective Bailey angegriffen. Und was er aber jetzt macht, ist, er drückt ab, schießt Kirby in den Bauch, sie bricht zusammen und Ghostface hinter ihr, hinter ihm, meine ich, bleibt dann plötzlich stehen. Und dann meint er dann gut gemacht. Und dann kommt zweite Ghostface, ihr beide. Und, äh, da musst du doch im Kino gedacht haben, du hast recht gehabt, oder? Hast du ja nicht, ähm... Richtig, richtig, ja. Da war ich doch ein bisschen stolz. Aber wusstest du denn trotzdem jetzt, wer hinter den beiden Umhängen noch ist? Nee, tatsächlich nicht, ähm... Nicht einen? Ich war tatsächlich am Schluss, was die beiden anderen Killer, abgesehen von Detective Bailey abgeht, schon ein bisschen verwirrt. Also, klar, äh, ähm, ja, die Tochter von ihm ist halt vermeintlich tot. Die war für mich auch raus. Richtig. Komplett. Äh, und ihm, er war für mich, wie du sagtest, halt ein bisschen zu offensichtlich. Ja, genau. Und das war ich, ähm, fand ich halt auch ein bisschen schade, ähm, weil ich hab jetzt überlegt, mal gucken, ähm, wer denn da jetzt, äh, drunter ist. Und als es dann, aber ich fand's so cool, wie, wie er dann so meint, äh, wie, ich glaub, Terra sagt, sie sind es. Und Detective Bailey so, ja, klar, aber nicht das. Wer ist denn sonst? Weißt du, so, wirklich offensichtlich, weißt du, so. Was überlegt ihr dann dann noch? Ja, das war cool. Ja, das war super. Und dann, ähm, macht halt Ethan die Maske weg. Wir sehen ihn. Und ich denk so, damals, ach, schade. Er ist es, das war mir zu offensichtlich, war er's. Ja, also ich fand's nicht so toll. Und, ähm, dann erzählt er ja dann auch, dass er, ähm, dass es so leicht war, der, der mit, der Mitbewohner zu werden, ne, weil er ist ja dann Chats Mitbewohner geworden, doch, um ja dann an sie ranzukommen, natürlich. Und, äh, das wird ja dann alles so erzählt. Wird natürlich auch alles dann, ja, völlig, ähm, ähm, dann so, ähm, ähm, niedergelabert auch eben. Und, äh, Detective Bailey findet das auch als ganz witzig. Also, das ist eigentlich schon eine ganz amüsante Art der Aufklärung hier, ne, in diesem Film. Also, da muss ich sagen, also, ist in dem Film am, am coolsten, wenn ich jetzt an alle anderen denke, abgesehen des vom vierten, weil ich den nicht mehr im Kopf hab. Aber das ist, ähm, schon recht amüsant, finde ich. Absolut, ja, das stimmt. Also, ich muss sagen, wie, wo er aufgedeckt wird, also, ähm, äh, der Sohn, ich vergesse schon wieder den Namen, tut mir leid, ähm, war für mich okay. Ja, es war offensichtlich, aber okay. Bei, ähm, Quinn war ich ein bisschen enttäuscht, weil sie war halt quasi tot, beziehungsweise hat sich totgestellt. Ja, und das hatten wir ja auch schon im dritten Teil, ne, da hat ja auch der Täter sich ja schon totgestellt. Das war da nichts anderes. Genau. Ähm, und deswegen fand ich das auch eigentlich nicht ganz so, nicht so gut gelöst, dass er es dann, ähm, dass sie es dann ist, da haben sie halt den gleichen Effekt von dem dritten Teil nochmal, ähm, wiederholt. Und dann kommt ja auch nicht nur dazu, weißt du, dass sie das wiederholt haben, sondern dass sie halt auch noch eine junge Frau ist und die dann auch die Täterin sein sollte, was man halt nicht einfach nicht so abnimmt. Das hatte man ja auch schon mit Emma Roberts beim vierten Teil, das Problem. Ja. Oder auch jetzt mit dem Mädel im fünften Teil ja auch. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist schon richtig. Na gut, jedenfalls nimmt sie dann, ähm, die Maske ab und das, äh, wir sehen, dass Quinn drunter ist und dann kommt ja auch dann diese Aufklärung, weil das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, weißt du, guck mal, äh, sie stellt sich tot vor vier oder fünf Klassenkameraden, ja. Und dann ist das ein Tatort. Klar ist es auch wegen der Annika ein Tatort, aber auch wegen Quinn. Wie bitteschön, hat Detective Bailey jetzt seine Kollegen und die Sanitäter alle davon überzeugt, dass seine Tochter Quinn tot ist? Und dann erzählt er hier nur mal kurz hingefurzt, ja, anders kann man es nicht sagen, er hat die Leiche einfach ausgetauscht. Und wo hat er die gehabt? In der, in der Brusttasche oder was? Wie hat er das denn gemacht? Ja. Das ist, das ist ein guter Punkt. Da habe ich tatsächlich so noch gar nicht drüber nachgedacht, weil die Sanitäter sind ja dann auch direkt vor Ort mit Polizei. Ja. Äh, schwierig. Das hat er, ähm, gut, gut gemacht, unser Detective hier. Ja. Ich meine, gut, es ist halt, ähm, alles klar, das nimmt sich auch selbst nicht ernst, das ist klar, aber es ist schon, ähm, es ist schon ein bisschen weit hergeholt, ja. Und deswegen, weißt du, und sowas finde ich dann aber auch dann nicht schön. Weißt du, wir wollen natürlich überlegen, wer ist der Täter und ach, der Täter ist der oder die. Okay, aber es muss dann auch wenigstens ein bisschen Sinn dahinter sein, weil wir würden uns ja niemals, da haben wir uns doch vorgestellt, dass Quinn oben nicht tot ist, er zwischenzeitlich eine andere Leiche platziert hat. Weißt du, das, das, das können, wir wollen uns das denn vorstellen. Und das ist dann zu abgedreht. Gut, es waren drei Leichen, ne? Es war Annika, dann Quinn, vermeintlich Quinn und ihr Liebhaber. Der liegt ja noch tot in der Badewanne. Ach, natürlich, du hast recht. Das ist ihr Liebhaber gewesen, du hast ja recht. Das habe, gut, dass du das sagst, das habe ich nämlich noch geguckt gestern und mich gefragt, wer zum Teufel ist der in der Wanne. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Wir haben das vergessen. Ja, gut, dass du das sagst. Ich habe mich total vergessen jetzt. Okay, naja, jedenfalls, wie gesagt, ich möchte alle Zuhörer und Zuhörerinnen bitten, den Film zu schauen, wenn es darum geht, was jetzt haarkleine Aufklärung angeht hier, weil so genau können wir darauf natürlich nicht eingehen. Das stimmt. Es geht halt jetzt einfach so weit, dass dann irgendwann klar wird, dass, das sagt Quinn dann auch, du hast unseren Bruder umgebracht. Und dann, was war dein Bruder umgebracht? Und dann kommt auf einmal raus, dass Richie der Sohn ist von Detective Bailey und Ethan und Quinn sind halt noch die Geschwister. Und deswegen machen sie das Ganze hier. Sie wollen einfach den, den Tod von, von Richie rächen. Und, ähm, ich frag mich halt immer wieder aufs Neue, ähm, warum müssen dafür so viele Unschuldige dran glauben, wenn sie eigentlich nur sich an ihr rächen wollen, ne? Das ist so typisch, äh, Scream und düstere Legenden und was es alles gibt, ne? Ich weiß, dass du das letzte Mal getan hast. Das ist immer das Gleiche. Äh, dann hätten sie von Anfang an sich an ihr rächen können, gut ist, ne? Aber, aber müssen aber noch etliche andere killen währenddessen. Ich find's halt auch von Sam sehr gewagt. Also, sie sagt ja, also, man merkt, dass, äh, als das Thema aufkommt, dass Richie der Sohn, äh, vom Detective ist und, äh, äh, die anderen beiden tatsächlich die Geschwister, sagt er dann auch Sam sowas wie, dass er ein lächerlicher Schlappschwanz war und, äh, äh, irgendwie impotenter Sack. Und ich weiß gar nicht, was sie alles sagt. Und ich meine, er ist immer noch ein Typ mit einer Knarre vor ihr, ne? Das, das ist wahr, ja. Das ist wahr. Welchen Spruch ich ganz lustig fand, war der von Terra, weil sie meint ja dann irgendwie, also, die Quinn erzählt doch dann was von killen hier und killen da und was das für ein Spaß war und so. Und dann sagt die Terra dann zu Detective Bailey auf Englisch, great parenting job, by the way. Und, ähm, das heißt ja so viel wie, die Kinderstube war wohl da nicht so gut oder gut, ähm, hat er, hat wirklich toll großgezogen, die Tochter. So von, weißt du, ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch sagt. Ich hab's leider nicht gehört. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Das fand ich, ähm, ganz amüsant, weil, ähm, da hat er als Vater, er hat ein kleines bisschen versagt, wenn man, so wie sie, Quinn da halt, redet. Absolut. Ja, fand ich sehr amüsant. Äh, dann ist es dann so, kommen wir ein bisschen zum Finale jetzt allmählich, weil es ist ja dann so, dass, äh, ähm, er ja dann will, dass sie sich diese Maske überzieht. Warum? Was, warum? Warum kann er nicht einfach schießen? Warum zwingen sie sie, diese Maske anzuziehen? Macht irgendwie keinen Sinn, oder? Sie können die Maske auch einfach überziehen. Obwohl, das gehört ja quasi so ein bisschen zu ihrer Story. Äh, ich mein, Quinn hat sie ja auch im Internet zum Killer gemacht. In der Öffentlichkeit. Ja. Vielleicht wollen sie sich da irgendwie einfach ein bisschen treu bleiben, beziehungsweise tut eigentlich, wie du sagst, äh, nix zur Sache, beziehungsweise man fragt sich halt, warum. Richtig, genau. Ja, und dann, ähm, entfacht ja wieder ein Kampf. Es ist ja dann so, dass, ähm, die Kirby plötzlich wieder auftaucht und schießt auf die. Kriegt Ethan, kriegt ja dann einen Ziegelstein auf die Birne, weil er ja dann Kirby, ähm, dem Messer reinstecht, ähm, sticht und dann können aber die beiden Frauen ja dann, ähm, hochklettern, so eine Balustrade, um dann oben an den oberen Plätzen zu sein. Ja, hier muss aber noch gesagt werden, ähm, Kirby hat ja das Messer von Ethan im Bauchstechen. Ja. Sam geht darauf hin und sagt, äh, ich brauch das kurz, zieht's ihr aus dem Bauch und sticht ja dann einige Male auf Ethan ein, ne? So wieder a la, äh, Scream 5 am Schluss. Das macht so gut. Ja, schön, bist du zufrieden, ja. Aber halt nicht genug. War schon eine Genugtuung. Ja, das stimmt. Das hat einfach verdient, aber es ist halt so, dass er halt immer noch nicht genug hat. Dann ist es ja dann irgendwann so, dass ja dann Terra plötzlich hängt und unten ist dann Ethan und möchte dann, ähm, ähm, sie ja dann runterziehen. Also sie, sie hängt ja dann dort an dieser, weißt du, praktisch dann nach unten, diese, dieses Stockwerk runter. Dann lässt sie sie ja los und dann hat aber dann Terra ja das Messer in der Hand. Das gibt, ähm, ähm, Sam hier vorher. Das kriegt, äh, Ethan nicht mit. Und als er dann irgendwie einen coolen Spruch macht, dann haut plötzlich Terra ihm das Messer in den Mund. Und zwar so richtig extrem. Und es, und dann dreht sie es ja auch, die Klinge. Ja, also da hab ich, vorhin als ich jetzt geguckt hab, gedacht, weißt du, wenn der Film eh ab 18 ist, dann können sie jetzt auch gerne zeigen, wie ihm das Messer hinten noch rauskommt, oder? Also, weißt du, wie ein Species. Da machen sie es auch mit, mit, ähm, Natasha Henstridge. Ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, was ich vor Augen hab. Ja, ja, ja. Da, da könnt ihr das gerne machen. Also, weil dann ist der Film eh ab 18 und eh so hart, dann könnt ihr diesen Gag noch auch noch mit einbringen. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Also, die Szene sowieso eigentlich ganz cool, äh, sie hängt, also, klar, sie sind auf so einer Balustrade irgendwie, wie nennt man das? Auf so einer, keine Ahnung. Empore vielleicht. Empore, genau. Ich glaub, Terra wird sogar angeschossen, gell? Terra wird sogar, glaub ich, am Arm angeschossen, fällt deswegen. Und, äh, sie fällt ja dann quasi auf Ethan drauf, genau. Ja, genau so ist es. Ich mein, ich glaub, sie kassiert auch noch einen Stich in den Bauch, natürlich. Also, das ist auch so ein bisschen, ja, okay, kann man sich das... Die, die Opfer, beziehungsweise die Leute stecken schon viel ein, ne? Also, bei Scream 1, 2 und 3 war, ja, bei den, bei 1, 2 Messerstichen war dann Ende. Ja. So, hier brauchen wir dann mittlerweile schon so 10, 12. Das ist wahr. Aber war eine coole Szene, dann würde ich das nicht schlecht reden. Quinn ist ja mittlerweile oben angekommen und, äh, will ja jetzt mit dem Messer halt auch Sam angreifen. Aber die, ähm, Sam hat ja aber auch mittlerweile die Waffe, die hat sie wahrscheinlich der Kirby abgenommen. Und dann sagt sie dann zu ihr, sieht so aus, als hättest du noch einen Wuder weniger. Und, äh, ja. Die, die Quinn ist ein bisschen, ähm, pissig und, äh, will ja dann sie aber auch angreifen, als Sam dann aber abdrückt und ballert ihr dann komplett in den Kopf, ne? Also, direkt, also, dann, dann ist sie, glaube ich, wirklich Geschichte, ne? Ja, die ist nicht vermeintlich tot, die ist auf jeden Fall tot. Also, sollte sie jetzt. Hier sollte sie nicht mehr irgendwie, ha, machen, ne? Genau, das wäre schwierig. Ja. Naja, es ist ja so, dass, äh, dann mittlerweile der, ähm, Detective, äh, Bailey oben auch ankommt. Und die hat ja jetzt beobachtet, dass jetzt, ähm, die, äh, äh, die Quinn jetzt, ähm, abgeknallt wurde. Er hat ja auch mitbekommen, was mit Ethan passiert ist. Und, ähm, sie stützen aufeinander zu und fallen dann aber auch von der Empore einen Stock tiefer. Und als er wieder aufwacht, kurz darauf, er war ja ausgenockt, ist er aber alleine. Und dann haben wir ja diesen Moment, dass, ähm, ja, also dann er doch angerufen wird und dann kommt ja dann aber auch die Stimme von Ghostface. Wir wissen natürlich, dass das Sam jetzt ist. Und die macht ja jetzt so sein Spiel mit ihm, ne? Also wo sie, wo, wo, ähm, sie jetzt ist. Und, ähm, dann hört er Schritte dort und hört Schritte da. Und dann meint er da auch so, komm, jetzt gefälligst raus. Ich bin ein Police Officer. Und, ähm, meinst du, du kommst da wirklich durch? Ich meine, seine Kinder sind dabei und sind tot. Ich meine, was soll da erzählt werden, ne? Ich glaube, dass der Cop jetzt schon Probleme hat, das alles so aufzuklären, ne? Ja gut, sagen wir mal so, wenn, äh, Detective Bailey in diesem Zeitpunkt das Blatt für sich noch wenden könnte, könnte er es immer noch so stehen, so hinstellen, als ob Sam alles war. Das ist schon richtig. Aber, ähm, schwierig. Sehr schwierig, ja. Und immerhin fehlen ihm jetzt noch weitere zwei Kinder, ne? Also er wollte ja eigentlich nur die ganze Zeit, ähm, den einen rächen und jetzt sind aber noch drei anderen beiden weg. Also wie soll denn noch die Rache jetzt im nächsten Teil aussehen, ne? Genau. Naja, irgendwann schmeißt er das Handy weg, Ghostface erscheint hinter ihm und dann kommt ja auch dieses, wie im fünften Teil schon, ein riesen Gestäppe ohne Ende in den ganzen Körper, Brust, äh, Nieren, Bauch. Wahnsinn. Und als sie ihn dann wirklich dann so den letzten Stoß geben möchte, da, ähm, hält Terra ihn, sie aber ab. Und, ähm, dann meint sie ja auch, dass mein Vater ein Mörder war. Ich nicht, ich bin anders. Und dann sagt er daraufhin tatsächlich Danke. Das hat mich gewundert. Wofür bedankt er sich, dass sie ihn nicht killt? Ich glaube, du hast recht. Also er, äh, weil er, weil sie ihn jetzt nicht final tötet. Okay. Naja, in Ordnung. Naja, und dann gucken sie sich aber an die beiden Frauen und sagen so, naja, aber du hast trotzdem, you were fucking with my family. Das sagt sie dann auf Englisch. Und das ist dann halt so ein Grund, warum man dann doch dann mal, ähm, ja, das Ganze mal beenden sollte. Und dann, und das hat mich vorhin echt überrascht, haut sie ihm das Messie ins Auge, ne? Und das war ja schon, das ist ja schon etwas, das mag man nicht so gern sehen, ne? Das ist dann doch ibar, ne? Ja, aber, ähm, ein Genugtuend für den, äh, Zuschauer. Ja, das stimmt. Weil wenn man mal überlegt, äh, wie krank es ist, äh, dass, äh, eine ganze Familie, Vater und Kinder, äh, sich sowas ausdenken, ist schon heavy. Also, hat er verdient. Hat er verdient allerdings. Ja, und dann, ähm, haben danach eine Szene. Also, die Kirby, die taucht ja dann doch wieder auf. Die ist ja dann nicht tot. Ähm, draußen ist es dann ja so, dass ja auch dann, ähm, Cute Guy dann wieder dazukommt. Ähm, definitiv ja auch, ähm, nicht schuldig, wissen wir jetzt auch. Ähm, und dann fängt dann irgendwann die Terror an zu weinen, wegen Chat und, und das tut ihr so leid. Als in dem Moment alles aber heißt, so viel, wir haben ja noch jemanden. Und dann kommt dann Chat. Das ist genau wie im fünften Teil. Ist genau das Gleiche, ne? Ich glaub sogar auch mit ihm, ne? Also, das ist ja so. Ja, er steckt schon, er steckt schon gut an. Das ist halt, ich will wirklich nicht kleinlich sein. Das ist auch gut so, beziehungsweise ich hab mich auch gefreut, dass der Charakter wahrscheinlich, ich geh mal davon aus, in Teil 7 auch weiter existiert. Ja. Ähm, aber es ist halt einfach absolut unrealistisch. Weil, ich mein, wie oft kriegt Chat ein Messer in den Körper. Ja. Bei, bei, und beiden, also von, von Quinn und, äh, ihrem Bruder. Richtig. Also, das ist halt einfach unlogisch. Ja, also, das war zu extrem, weißt du, dass das, weißt du, die haben in den anderen Teilen, haben die das wenigstens uns noch so verkauft mit, ähm, er wurde kurz, ähm, ähm, geritzt und dann fällt er zu Boden und dass er dann noch läuft, konnte man noch glauben. Aber, ähm, hier haben wir gesehen, dass der das Messer, ähm, zwei Messer gleichzeitig auf beiden Körperseiten reitbekommen hat, ja. Und jetzt heißt es, äh, äh, ihm geht's noch gut. Also, naja, komm. Also, das ist dann schon sehr weit hergeholt, ne? Da hast du schon recht. Ach gut, wir haben ja auch ganz vergessen, dass, äh, der Sohn von, äh, Detective Bailey ja auch wieder aufsteht. Das stimmt. Ähm, ähm, nachdem Kirby, äh, wach geworden ist, ähm, taucht er auf und kriegt dann nochmal einen Schuss ab, glaub ich, ne? Nee, er wird von dem, äh, Fernseher erschlagen, der Stu Marker, den Stu gekillt hat. Ja, genau. Ja, ganz witziger, ähm, neben. Äh, die Szene, dass der, dass Stu Marker tatsächlich von dem Fernseher gekillt wird, ist in einer Version, äh, bei Scream 1 tatsächlich komplett weggeschnitten. Ja, das stimmt. Kann man sich das vorstellen? Warum? Ich versteh's auch nicht. Also, ja. Also, das war dann wohl irgendwie zu hart. Aber es ist lächerlich. Ja, absolut. Absolut lächerlich, ja. In Ordnung. Gut. Ja, jedenfalls ist es so, dass dann die Mindy dazu kommt. Und das war ein Moment, der hat mich amüsiert vorhin, weil es ist dann so, dass sie sagt, oh Gott, geht's dir gut? Also, Chat, ist alles okay? Und dann, und dann sagt sie, oh nee, hab ich den ganzen Monolog wieder verpasst? Also, das ist natürlich echt witzig, weil diese ganze Aufklärung in Teil 5 war sie schon nicht dabei und jetzt war sie wieder nicht dabei. Das ist so, das kannst du halt nur, klar, das ist natürlich echt ein ulkiger Gag halt noch so nebenbei. Weißt du, sie wollte so gerne dabei sein bei der Aufklärung, weißt du? Ja, sie wirkt halt, wie ich halt schon gesagt hab, so eigentlich völlig over the top, aber trotzdem noch auf einem gewissen Level, dass es nicht lächerlich wirkt. Sie sagt ja da noch irgendwie so, oh Gott, geht's dir gut? Nein, du siehst nicht gut aus und ihr müsst die Schmerzmittel probieren. Ich merk ab den Schultern abwärts nix. Stimmt, weil sie hat ja auch das Messer in den Bauch bekommen und läuft schon rum jetzt, ne? Ja, das ist ja. Den Charakter mag ich auf jeden Fall. Ja. Ja gut, und die beiden Mädels, also Sam und Tara, gucken sich dann noch an und laufen dann weg. Sie lässt die Maske auch fallen und dann kommt dann, werden sie auch begleitet von Cute Guy, der läuft dann mit denen in den Horizont. Genau. Ja, wenn man von Horizont reden kann in New York, ne? Ja, stimmt. Aber du weißt, was ich meine. Richtig. Und ja, und damit ist der Film zu Ende. Ja, und dann war's das. Also ein wirklich gelungener Streifen. Man kann über das ein oder andere meckern, aber dadurch, dass wir wissen, dass er sich ja gar nicht ernst nimmt, hundertprozentig kann man da auch über vieles hinweggucken. Sie haben halt irgendwann angefangen, ähm, Frauen auch zum Täter werden zu lassen. Also bei Billys Mutter. Im zweiten Teil hab ich das noch geglaubt. Ja, da hat sie vielleicht einfach so die, die leichteren Kills gemacht. Das meiste war ja dann der, ähm, ach, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der Oliphant. Der, ne? Der Timothy Oliphant ist doch der Täter. Der hat halt einfach das meiste gemacht. Billys Mutter vielleicht nur so ein bisschen was. Dann mit Scream 3 war's halt nur der eine Täter in Ordnung. Ja, und dann mit Scream 4 ist es dann plötzlich eine Emma Roberts. Weißt du, da war man dann schon sehr unglaubwürdig und im fünften, ich hab's grad schon gesagt, auch mit dem anderen Mädel. Weißt du, jetzt haben wir hier auch wieder dieses junge Mädel. Also, das macht's dann schon, also ich weiß noch, wie das damals in düstere Legenden war, weißt du, wo man dann gesagt hat, was? Diese junge Frau war die Täterin? Das glaubt doch kein Mensch. Aber Scream hat's dann abgeguckt, weißt du, hat dann gesagt, ja, es muss auch mal bei uns die Frau sein. Ich find's eigentlich, abgesehen von der Physik, die aufgebracht werden muss, manchmal fragwürdig, aber ich find's eigentlich okay. Ich mein, also so ein Mord, beziehungsweise so ein Mord fähig zu sein, hängt ja jetzt wirklich von der Mentalität ab und nicht, ob man Mann und Frau ist, ne? Aber es ist halt, wie du sagst, kann ich jetzt als Detective Bailey jemanden wie bei Gail, also bei Gails Freund, durch eine komplette Vitrine werfen oder halt als Quinn, ne? Das ist halt ab und zu ein bisschen fragwürdig, aber ja, es ist okay. Genau. Es ist ein amüsanter Film und der hat mich auch wirklich unterhalten. Ich fand ihn super und auch den fünften fand ich gut. Also die neuen Filme haben mir schon echt gut gefallen. Der vierte, der fiel bei mir so echt raus und war auch, glaube ich, ganz gut, dass er dann doch einige Jahre, also ich glaube zehn Jahre dazwischen waren, bis dann der nächste kam. Über zehn, so glaube ich, ne? Ich glaube, der vierte ist von 2011 und der fünfte war dann von 22, ne? Also reden wir von elf Jahren. Frische Luft hat er reingebracht, ne? Frischen Wind. Absolut. Jo. Aber das ist auch meines Erachtens wirklich sehr, äh, äh, Melissa Barrera und Jenna Ortega zu verdanken, weil die ihre Rolle als Opfer, Schrägstrich Opfer wirklich sehr gut spielen. Das würde ich auch sagen. In Ordnung. Alles klar, du, dann haben wir das geschafft. Dann sind wir durch. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank, dass du, ähm, ähm, ja, dich bereit erklärt hast, äh, mitzumachen. Und, ähm, haben wir es ja nach fünf Monaten endlich hinbekommen, ne? Ja. Äh, nochmals vielen Dank fürs Blocken, äh, war mir wirklich, äh, wichtig, äh, Scream, wenigstens einen Teil von Scream mit dir zu bereden. Sehr schön. Hat mir auch gut gefallen. Sehr gut, ja. Also, es war toll. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit. Und dann bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal, Alex. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.